So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Leo Bella. Jetzt läuft der Chat immer noch nicht, ne? Oh, dann lasse ich das jetzt so. Leo Bella, du bist Erste, genau. Ja, Chat im Fenster läuft bei mir nicht. Weiß ich nicht, woran es liegt. Ich gehe jetzt nicht... Warum nimmt er uns nicht mit? Hä? Keine Ahnung, was mit dem Chat im Stream los ist. Also, ich kann euch hier außerhalb lesen, aber im Video hängt es nur bei mir. Nee, Friesenurbex, falls du uns hörst, er hängt auch bei mir, falls du das wissen wolltest. So, wir warten noch mal kurz, ne? Das tut mir leid für die technischen Störungen, dass der Chat jetzt nicht mitlaufen wird. Also, falls ihr das Video nachguckt, der Chat läuft hier leider nicht mit. Ich glaube, man kann das aber bei YouTube extra so einstellen, dass man den Chat so nachlesen kann, ne? Natürlich schade drum. Bin arbeiten, wollte mal Hallo sagen. Guck mal, ich lese... Schön, dass ihr wieder alle da seid. Ich lese Friesenurbex hier im Video, aber nicht im Chatfenster. Was ist denn heute schon wieder los? Ja, den Chat kann ich natürlich nicht vorher ausprobieren. Da muss dazu einer was reinschreiben. 66, da fehlen noch ein paar. Wo seid ihr dann? Warum muss der Chat im Video überhaupt mitlaufen? Ja, ich finde das angenehmer zum Nachgucken, Denise. Wenn die Leute das nachgucken, dann ist es angenehmer, wenn man da auch mal lesen kann, um was es geht oder was andere fragen, finde ich so. Das ist meine persönliche Meinung einfach so. Und das meine ich irgendwie unten... Früher konnte man das Chatfenster anmachen. Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr, bin ich der Meinung. Könnt ihr mich überhaupt hören? Hier läuft alles, hier läuft alles, hier läuft alles. Melli! Hallöchen! Bei mir läuft der Chat im Video nicht. Ihr auch nicht. Und, äh... Aber das ist jetzt auch egal. Ich gucke hier nochmal. Ich kann den Fehler jetzt nicht finden. Ich habe Rumtreiber als letztes zu stehen hier bei mir. Hallo Rumtreiber, falls du jetzt auch noch da bist, schon da bist. Wir sind noch nicht 100 Leute. Wir waren schon 100 Leute. Gut, ein, zwei Personen haben sich abgemeldet. Es tut mir leid für die Startschwierigkeiten. Ihr sagt aber, ich soll mich nicht entschuldigen. Oh, wenn ich das Thumbnail hier schon wieder sehe. Wo ist mein Kanal? Da ist mein Kanal. Kann man das sehen, was ich hier angemacht habe? Nee, ne? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, läuft gerade. Genau. Nee, der Chat läuft nicht. Ist egal. Vielleicht erholt er sich nochmal. Tim hat mir das gesagt, wie ich das mache. Aber bevor ich jetzt irgendwas verstelle, ne? Ausblenden. Einblenden. Kann ich den irgendwie neu starten? Hinzufügen. Kopieren. Umbenennen. Entfernen. Nee, entfernen nicht. Transformieren. Überblenden. Ja, schön. Wenn ich ihn jetzt, wenn ich jetzt irgendwas verstelle, ne? Obwohl, er ist ja eh nicht da. Nee, kommt. Wir lassen das. Wir lassen das Experiment. Dann ist es so. Ja. Okay. Dann gehe ich mal auf eure Fragen und Kommentare und, äh. Oh. Weiß ich was ein. So. Ich lese mal von vorne. Wo ist bei mir drin? Caro. Jirka. Action ist doch spannend. Manuela Dreblo. Hallo. Bei mir läuft alles. Auch der Chat im Video? Bei mir nicht. Jedenfalls. Programmcat. Huhu. Huhu. Mark Air Moin. Markus. Ich bin auch wieder da. Schön, Markus. Das freut mich. Vielen Dank für die Glückwünsche. Habe ich vorhin noch gelesen. Ja, freue ich mich sehr drüber. Haben wir gar nicht so publik gemacht, ne? Müssen wir auch gar nicht. Carla aus Braunschweig. Hier ist alles gut. Super. Natascha Keller. Wo war denn Jeff nun? Äh, Jeff saß im Auto. Sind wir schon genügend Leute? Ja, wir warten mal noch ein bisschen. Dann erzähle ich die Geschichte. Ähm, Engelchen. Leider gibt es ja auch kein WLAN im Hotel. Daher schlechter Empfang. Hä? Gibt es kein WLAN im Hotel? Junge, 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 Junge. Umtreiber finden. Schon wieder da. Ja. Sind gerade noch wieder 108 Leute. 114 steht bei mir. Ja. Die Technik ist auch erkältet. Kirstin C. Ja, die Technik muss auch mal. Ich weiß nicht, warum das. Ist auch egal. Hauptsache, wir können ein bisschen schnacken. Wir haben ein bisschen Spaß zusammen. Und die Leute, die es dann nachgucken, naja gut. Ähm. Die können halt einfach nicht. Es ist das Schade drum, aber. Sebastian. Lass gut sein, Jirka. Dann heute mal ohne Chat. Ja. Vielleicht fängt er sich noch. Weiß nicht, was er hier hat. Bei einigen läuft alles prima. Bei mir läuft auch alles. Jetzt auch. Hier, dieser Chat hier. Wo, ich bin spiegelverkehrt. Ja. Dieser Chat hier. Der läuft auch. Der steht nämlich bei mir. Der steht zuletzt Rumtreiber und Friesen-Urbex. Und die haben ja Lost Kakteen. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Oder du. Ich weiß immer noch, ihr oder du. Seht ich auch oder euch in vielen anderen Livestreams. Und umso mehr ärzt es mich natürlich, dass ihr, du, auch hier reinschaut. Also, Jeff. Geschichte. Jeff. Ja, Jeff hat mir eigentlich dieses Video ermöglicht. Wo ist er denn? Jeff, bist du noch hier? Dann gib mich mal kurz, äh, 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 gib mal kurz ein Zeichen. Ich habe dieses Video, äh, was, äh, am Sonntag, äh, rausgekommen ist. Diese absolute DDR-Perle. Wo man, äh, Etage für Etage. Ich lese den anderen Chat mit. Ja. Jay, der steht auch, ja. Fragt lieber nicht. Empfang im Hotel. Sagt, sie warten auf Glasfaserkabel. Äh, bei uns klingeln sie gerade. Äh, 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 ach. Also, Jeff hat im Auto gewartet. Ich habe dieses Video. Jeff ist nicht mehr dabei. Jeff ist bockig. Er hat gedacht, ich bin jetzt hier einfach so rausgegangen. Ne, da ist er ja. Ja, der bunte Kanal. Klar, schön, Jeff. Das freut mich. Übrigens, äh, äh, ne, ich weiß ja nicht, ob ich das sagen darf mit deinem, mit deinem Kfz. Richtig geil, Jeff. Richtig cool. Also. Ihr habt es ja im Video gesehen. Video Anfang. Dass wir, äh, erst von der, äh, von der, äh, äh, von ganz, ganz hinten rum uns angeschlichen haben. Haben dann aber festgestellt, dass dort Bewegung auf dem Hof ist. Also, Bauarbeiten, Baumschnittarbeiten, rüstet, eingerüstet. Einer fummelt auf dem Hof rum, am Auto, am Traktor. Keine Ahnung, was der andere lief da, fuhr da rüber. Also, wir hatten keine Chance, an dieses Häuschen zu kommen. Dann haben wir wieder beschlossen. Wir hatten schon so viel Pech. Ne, Jeff, wir wurden von der Polizei erwischt. Wir wurden von, wir wurden von Nachbarn erwischt. Und wir wurden von Eigentümern erwischt. Der uns aber großzügig dann noch ein Objekt gezeigt hat. Aber wir durften halt nicht filmen. So, aber hat uns trotzdem interessiert. Haben uns trotzdem angeguckt, ne. Und der war auch richtig cool. Der war auch richtig cool. Das muss man sagen. So. Also, entschuldigt, ich bin ein bisschen erkältet. Auf der Rücktour dann haben wir nochmal beschlossen. Ich habe nochmal per Satellit geguckt. Ich dann, Jeff, halt mal an, wir gehen von hier lang. So. Das Gebäude einmal hoch und runter abgegrast. Wir konnten ja wieder nicht von der anderen Seite, weil das wieder der Innenhof war und da war Bewegung. Es war einfach so. Und ich dann schön zu Jeff gesagt, kannst knicken, komm, wir gehen zum Auto. Auf dem Rückweg natürlich nochmal abgescannt alles. Ich habe es nicht gesehen. Und Jeff hat den Eingang gesehen. Und er sagte, Jirka, da. Und ich denn wo? Tatsächlich. Nach links und rechts geguckt, Jirka. Ich sage, auf geht's. Zack, ich schon drinne. Und wie dann im Video erzählt. Jeff wollte gerade dann vor ein Auto vor. Es stand noch nicht. Und während der Fahrt hat der Fahrer schon geguckt. Und Jeff sagte irgendwie, ich habe es ja nicht gesehen, weil ich gerade dabei war, im Zimmer mich umzudrehen und das Fenster irgendwie, keine Ahnung. Da hat er wohl auf Jeff gezeigt. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Jeff, du kannst mich berichtigen, falls ich etwas Falsches erzähle. Und ich habe das Fenster dann, Jeff hat mich natürlich dann gewarnt, ich habe das Fenster dann rangemacht, habe mich auch erst mal versteckt. Und um mich nicht zu gefährden, weil Jeff wurde definitiv gesehen. Die hielten ja an, das habe ich auch gesehen und wurden langsamer und haben geguckt. Dann sind sie rückwärts reingefahren und blieben auch dort stehen. Die hatten uns die ganze Zeit, wir waren die ganze Zeit auf dem Präsentierterlärm, beim Eingang jedenfalls. Und damit Jeff mich nicht gefährdet, ist er zu diesem Zeitpunkt nicht reingeklettert. Was ich aber nicht wusste, weil ich dummerweise mein Handy vergessen hatte. Das war auch so ein Katastrophentag, Freunde. Ich will kein Mitglied werden hier. Dann kann ich den Chat auch ausblenden eigentlich, ne? Ist auch egal. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ja, und Jeff. Genau, und ich habe gedacht, ich habe aber gedacht, dass Jeff versucht, vom Giebel irgendwie ranzukommen und ich dann zum Giebel gegangen, nachdem ich fünf Minuten gewartet habe und geguckt, wo Jeff ist. Ich habe ja nicht gesehen, wo er abgeblieben ist. Wir konnten ja nicht mehr miteinander kommunizieren. Kein Handy, Fenster war ran. Er hat nur noch gesagt, hier, da kommt jemand. Ich habe es ja dann auch gesehen. Und dann habe ich gedacht, Jeff geht zum Giebel. Ist er wahrscheinlich auch, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen. So, überlese ich ihn jetzt, falls ich was Falsches gesagt habe? Tuncher, ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Falls ich Jeff überlese, schreib mir das mal bitte. Und natürlich bin ich dann zum Giebel gegangen. Ich habe ja nicht gleich angefangen zu filmen. Ich wollte ja auch, dass Jeff reinkommt. Ich habe sämtliche Räume durchgeguckt. Wo kann er noch rein? Wo kann er noch rein? Hier, Fenster, das geht nicht auf. Da geht nicht auf. Hier die Türen, alles verbarrikadiert, alles zu, geht nicht auf, zugeschlossen. Giebel-Seite. Nicht ein Fenstergriff oder ein Fenster, was man so öffnen könnte. Wo ist Jeff denn? Ist er überhaupt hier? Weil ich wollte dann aus dem Giebel raus und irgendwie Jeff rufen oder so. Aber es funktionierte nichts. Es war nur dieser eine Eingang möglich. Bei uns jedenfalls. Das mag ich bei anderen ja. Ich habe gehört, es ist noch ein Video draußen davon. Wenn ja, schickt mir mal bitte den Link. Das würde ich gerne mal sehen. Man hat mir geschrieben, man kennt das Video schon oder man kennt das Objekt schon. Würde ich gerne mal sehen. Interesse halber, wie es da aussah. Bei uns sah es ja noch relativ gut aus. Also sehr gut aus sogar. Ja, und nach 10 Minuten ungefähr, gefühlten 10 Minuten, nochmal im Zimmer warten. Also mit der ganzen Aktion davor schon, habe ich mich dann entschieden zu füllen. Und das habe ich Jeff zu verdanken, weil er die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, indem er geflüchtet ist. Und die anderen haben dann gedacht, die anderen beiden, die dort, ich glaube, die haben Baumstämme aufgeladen oder so, die waren auch noch die ganze Zeit da. Dadurch, nee, alles richtig. Genau, Jeff. Okay, dann erzähle ich alles richtig. Super. Und dadurch konnte ich dieses Video, dieses Wundervolle, also es ging mir ja nicht ums, also natürlich geht es mir auch ums Video, aber ihr wisst ja, dass ich so ein DDR-Freak bin und das ist ja unfassbar gewesen. Ich habe einen Puls gehabt, anfangs von 135. Nachher im Video habe ich nochmal Pulse geguckt, habt ihr ja gesehen. 116, weil die ganze Aufregung, kommt jemand, Jeff weg und wo und wo und haben die uns gesehen, kommen die Eigentümer und ich wusste auch nicht, wie ich im Video schon sage, jedes Geräusch ist es Jeff, der versucht noch reinzukommen. Deswegen konnte ich das Fenster ja nicht zumachen, weil wenn Jeff da raufklettert, dann sehen ihn die anderen beiden und dann steht er mitten auf dem Präsentierteller, also muss ich das Fenster auflassen, damit er auch schleunigst rein kann. So, also Fenster nicht zumachen. So, dann wäre ich mir nämlich sicher gewesen, da kann keiner mehr reinkommen, wenn es einer ist, nur noch der Besitzer. So war die Gefahr immer groß und ich habe versucht, das ein bisschen so rüberzubringen im Video, dass da einer noch reinkommen kann. Entweder die, die mich gesehen haben, die Bauarbeiter, ob die Zugang kamen dazu, weiß man ja nicht, der Inhaber oder so, der benachrichtigt wurde, höchstwahrscheinlich oder so, keine Ahnung, oder ob es Jeff war. Das war ein ganz komisches Gefühl, was ich noch nie in meinem Leben auf einem Los Place hatte. Im Endeffekt ist alles gut gegangen, außer die Knieaktion, die möchte ich auch noch kurz erzählen. Ihr könnt gleich Fragen weiterstellen. DDR, dann musst du uns mal, dann musst du uns mal besuchen kommen. Okay, weil ich musste über so eine Brüstung, wollte wie MacGyver, mich so anfassen und dann so rüberschwingen, also so einen richtigen Hoppser machen. Und dann ging es ja noch, sagen wir mal, einen Meter tief runter und dann konnte man sich so hinter der Gebüsche verstecken und die A-Bauarbeiter konnten einen da hinten nicht sehen. Und die haben immer aufgeladen und während des Aufladens haben sie natürlich zum Objekt geguckt. Dann haben sie sich wieder umgedreht, den neuen Baumstamm gegriffen und wieder aufgeladen, wieder zu mir gedreht und dann habe ich immer so, wie so ein Bekloppter, so den Takt so. Die haben immer so gleichmäßig gearbeitet. So, jetzt drehen sie sich um, jetzt springen über die Balkonbrüstung. So war es. Und dabei habe ich mir so dermaßen, weil ich einfach mit einem Satz rüberspringen wollte, springen wollte, Satz, ja doch, rüberspringen wollte, das Knie gestoßen aber an der Balkonbrüstung. Ich habe heute noch damit zu tun. Ungelogen. Die Flucht ist dann aber letztendlich geglückt und Jeff saß im Auto. Das war die Geschichte dazu. So, jetzt komme ich zu euch. Stefan, mein Freund, schön, dass du dabei bist. Ach, jetzt sehe ich auch den Stern, was du mir heute erzählt hast. Das ist mir noch nie aufgefallen, Stefan. Wirklich, vielen Dank dafür. Das ist Schande auf mein Haupt. Mit Stefan war ich heute unterwegs. Wer mich auf Instagram verfolgt, kann ich mir wieder nur sagen, der hat das gesehen. Wir haben auch große Sachen für unsere Töchter gekauft. Die Puppys waren unterwegs. Wir tragen ja beide so ein bisschen das selbe Leid. Wir sind, ja, naja, ihr wisst ja, was bei mir ist. So, jetzt könnt ihr fragen. Ich entschuldige bitte, ich musste die Geschichte kurz erzählen, weil es auch sehr viele mich privat gefragt haben. Ron, bin wieder da. Schön, Ron, läuft bei dir denn jetzt alles? Mel B. Hallo, Jeff. Hallo, Melly. Das ist mein Chat hier, äh, mein Stream hier. Wir ziehen durch. Wir wollen hier nicht jammern. Das ist bloß ein Bänderschnupfen. Was? Kirstin C. schreibt noch nicht, Caro. Er und seine Freundin kommen im Juni erstmal hier hoch. Dann sehen wir weiter. Ihr plant schon wieder was? Ohne mich? Das geht ja gar nicht. David Schmid. Guten Abend aus Schleswig-Holstein nach Sachsen. Ja, jetzt habe ich so viel erzählt, jetzt erzählt ihr untereinander. Ist auch gerechtfertigt, ne? Sebastian fragt, was ich an meinem Geburtstag mache. Ja, da habe ich meine Püppis. Das hat sich jetzt so entschieden. Äh, eigentlich, äh, wäre es so gewesen, dass ich die Püppis, äh, nicht gehabt hätte, weil es für mich ein ganz normaler Tag ist. Was soll man feiern, wenn man, äh, alleine ist? Weihnachten feierst du nicht. Gut, ich habe meine Familie, also, ne, also nicht falsch verstehen. Äh, da bin ich auch sehr froh drüber. Äh, aber sonst, was gibt es zu feiern, ey? Ich trinke keinen Alkohol, äh, der 50. wird rund, äh, der Runde, der 50. wird rund, der 50. wird rund, ja, aber der wird gefeiert, ja. Äh, an meinem Geburtstag habe ich meine Püppis und da werde ich was mit meinen Püppis und höchstwahrscheinlich noch mal zu meinen Eltern oder so mal gucken. Habe ich mir noch keine Gedanken weitergemacht, weil sich das gestern und vorgestern entschieden hat, dass ich meine Püppis am, äh, Montag ist mein Geburtstag. Ach so, vielen Dank, liebe, übrigens an die ganzen, äh, Geburtstagsbriefe, die ich schon bekommen habe, die ich ja noch nicht aufmachen darf. Da steht ja zum Geburtstag, zum Geburtstag, äh, und deswegen habe ich sie noch nicht aufgemacht. Ich weiß noch nicht, was da drin ist. Ich mache sie wirklich auch erst an meinem Geburtstag auf. Vielen, vielen Dank. Es sind sehr, sehr viele, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Briefe. Ich, äh, lehre täglich das Postfach angekommen. Ihr seid so genial, Freunde. Porzelchen. Erstmal herzlichen Glückwunsch und gute Besserung. Schön, dass du trotz Krankheit und Geburtstag für uns da bist. Ich habe ja noch nicht Geburtstag. Porzelchen, das hast du falsch verstanden. Ich habe erst am Montag Geburtstag. Thomas aus Neubrandenburg, hast du am Samstag, nachdem wir uns verpasst, haben noch was erreicht? Thomas, du hast mir irgendwie geschrieben, ähm, Hilfe mal auf die Sprünge. Ich weiß, dass wir, äh, kurz, äh, hin und her, ich habe, wir haben sogar Sprachrechte hin und her geschickt, ne? Aber ich weiß nicht mehr, worum es ging. Am Samstag war ich doch on Tour, ne? Hast du gehört, Caro? Jäger möchte mit. Wohin möchte ich denn mit? Könnt ihr mich mal bitte aufklären? Schreibt Kirstin. Susi Schröder, Männer schnupfen. Oh je, schlimm genug. Hey, 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 Susi. Ich bin hier online gekommen. Eigentlich hätte ich schreiben müssen, ey, mir geht's so dreckig. Ich will nach Hause. David Schmid. Also hat Jeff das Hotel nicht mehr filmen können? Ne, ich weiß auch gar nicht, Jeff, warum wir, weil die Bauarbeiten da noch waren, ne? Also, wie nennt's mal, rund, grob, Bauarbeiten. Die haben da Baumschnitt gemacht, dort, wo der Eingang war. Hintenrum waren natürlich Bauarbeiten. Und man hat mir auch geschrieben, dass das jetzt saniert wird. Jeff, hab ich dir noch gar nicht erzählt. Erzählt ihr hier im Livestream. Das Ding wird wieder neu eröffnet, auch das dahinter, da sind sie schon bei, haben es von innen wohl schon schick gemacht, so wie wir auch im Video erkannt haben. Von außen sind sie bei, so wie wir auch im Video erkannt haben. Und das davor soll, wohl, wenn die Informationen stimmen, dieses DDR-Schlafhaus war es ja nur, da habt ihr ja mitgekriegt, es war da kein Essenssaal, kein Restaurant, kein nichts, es war ja nur das Schlafhaus, wo die DDR-Politiker übernachtet haben und die hochrangigen ausländischen Gäste. Das soll auch wieder hergerichtet werden. So hat man mir geschrieben. So hat jemand mir geschrieben, der aus dem Ort kommt. Ich weiß es nicht. Paket kommt Samstag. Liebe Grüße, Tanja Becker. Ja, ihr seid wahnsinnig. Zum 50. kommen wir alle zu dir, Sebastian. Das würde mich ja freuen, ne? Wirklich jetzt. Welcher Tag ist das? Guck mal, das ist dann in 2026. Guck mal bitte auf den Kalender fix nach, dann brauche ich das nicht machen. Was für ein Tag das ist. Ja, also das kann ich erzählen. Das Schalter war ja schon. Ich habe jetzt an einem Montag, Dienstag müsste Mittwoch sein. Was hat Rumtreiber denn schon wieder geschrieben? Der war gut. Der 50. fällt auf einen Mittwoch. Da hast du Livestream. Ach, guck mal, Rumtreiber hat die... Rumtreiber, du machst mir langsam Angst. Jetzt triffst du mich überall in ganz Deutschland. Da, wo wir sind, bist auch du. Oder umgekehrt, da, wo du bist, da sind auch wir. Oder ich. Und jetzt weißt du schon, was ich im Voraus sagen will. Also du machst mir langsam Angst hier. Spontan, Leo Bella. Spontan warst du Samstag. Hä? Leo, was ist... Hä? Vera, hallo liebe Jäger. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Und allen anderen auch ihr Lieben. Ich wollte euch nur einen wunderschönen Abend wünschen und ganz viel Spaß. Vera, vielen Dank. Das wünschen wir dir auch. Thomas aus der Brandenburg. Ja, ach, an der Gulaschkanone im Ort. Genau. Ja, dazu müssten die Leute wieder Instagram, ne? Genau. Du hast das ja gleich erkannt, wo das ist, ne? Ne, ich hab da nichts mehr rausbekommen. Mit den Hunden war auch geil, ne? Zum Glück, die kamen vorher raus. Die Bunte Kanal schreibt, also Jeff findet das nicht schlimm mit den Filmen dabei sein, ist alles. Jeff, wie lange war ich denn da drin? Über eine Stunde? Jeff hat nebenbei Film geschnitten am Handy und für ihn muss das bestimmt richtig... Er wusste... Ach so, die Problematik an der Geschichte. Jetzt erzählen wir euch mal was. Jeff hat sich nämlich Sorgen gemacht. Und das zu Recht. Mir ging es schon nicht gut an dem Tag. Also ich hab mich irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Irgendwie war mir schwindelig und wir waren auch kaputt. Das war der dritte Tag. Weiß ich wie viel, 10, 12 Stunden oder was sind wir denn unterwegs gewesen? Jeff, 10 Stunden oder so, ne? Wenig geschlafen. Jeff noch weniger, weil er immer noch nach Hause gefahren ist und wieder zurückgekommen ist. Ich war ja in der Unterkunft. Und ich, bevor wir ins Objekt sind, drin sind, ne? Ich sag, oh, Jeff, irgendwas stimmt mit mir hier nicht, ne? Mir ist schwindelig, glaube ich, habe ich gesagt. Ich will jetzt nicht lügen, ne? Und mein Puls ist erhöht. Und ihr wisst ja, ihr kennt ja meine Herzvorgeschichte, sicherlich die meisten. Ich hatte ja was mit meinem Herz, Toi, toi, toi. Wirklich toi, toi, toi. Immer wenn ich es ausspreche, dann passiert was. Nach der OP, seit der OP ist alles in Ordnung bei mir. Und Jeff weiß das natürlich auch, ne? Das muss, mit dem man unterwegs ist, muss man natürlich in Kenntnis setzen und auch sagen, pass mal auf, wenn was passiert, ne? Das und das und das machen. So, und ich habe dann schon, Jeff, schon gesagt, ich gucke auf meine Uhr aus. Ich sage, Jeff, mein Puls ist so erhöht. Das ist nicht normal, ne? Und nun war ich auch allein im Gebäude und Jeff hat wirklich gedacht, dass ich da umgekippt bin, weil ich vorher diese Äußerung gemacht habe. Hätte ja auch gut sein können, ne? Und Jeff wollte, ich weiß gar nicht, noch zehn Minuten warten oder so und dann wolltest du kommen, ne? Irgendwie so war das, ne? Haben wir im Auto noch, ich war noch so völliger, völlig, 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 wie sagt man? Völliger, völliger, völliger? Ich war einfach voll mit Adrenalin. So. Das ist ein Mittwoch. Ja, das hat Rumtreiber ja schon geschrieben. So, A.M. Wie kann man denn eine Adresse erfahren? Ich wollte dir schon zu Weihnachten was schicken. Fand dein Nikolaus-Stream voll schön. Zum Geburtstag wird es zwar knapp per Post, aber dann nachträglich. Gott, das ist ja nicht schlimm. Die Mailadresse, die Mailadresse, die auf meinem YouTube-Kanal, direkt auf der Startseite, in der, wie nennt man die Box? Wahnsinn, was mit dir heute schon wieder los ist. Na, auf der Kanalbeschreibung. So, genau. Da steht auch für Briefe extra, welches Postfach und wenn ihr Pakete schicken wollt, steht auch für Pakete, schickt keine Pakete an den Brief, an das Briefpostfach, weil die werden umgehend zurückgeschickt, wenn dein Adresse aufsteht oder nicht angenommen. Nun ist es mein Glück, was ich eigentlich gar nicht sagen darf. Ich sage es aber, die von der Post kennen mich und die nehmen es trotzdem an. Aber bitte, macht es nicht, weil die haben schon gesagt, Jäcker, jetzt ist mal langsam Schluss. Du musst da mal das irgendwie hinkriegen. Aber ich kann ja auch nichts dafür. Das wissen sie ja auch. So, deswegen. So, hier waren Fragen. Gefühlt drei Stunden war ich drin, Jeff. Ja, aber ich bin nur durch und ich habe eine Etage verpasst. Ich bin nämlich in die letzte Etage, stand vor der letzten Etage, dann ging es links noch hoch, ist mir gestern oder vorgestern, äh, gestern oder vorgestern, am Sonntag, als ich das Video nachgeguckt habe, nochmal aufgefallen. Ich bin nämlich durch die Etage gegangen und dann kam er der tolle Raum mit der Bücherei und wo schon alles zerbröckelt war, aber genau auf der gegenüberliegenden Seite vom Gang ging es nochmal höher. Entweder zum Dachboden oder ich glaube, wir haben was ganz Großartiges verpasst. Was macht der denn hier? Oh, hier, seid bereit, immer bereit. So, die Fragen. Ähm, Colorado Power. Hallo ihr Lieben, hallo Ralf, ich grüße dich, schön, dass du dabei bist. Der erste Viert ist ein Montag. Nein, Thomas, wenn ich 50 werde, heute, ähm, heute ist Montag, nächste Woche ist er, äh, dieses Jahr ist er Montag. Bör, Lamp, Lamp, ich hoffe, ich spreche das richtig, ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Du bist auch immer fleißig mit dabei, freue ich mich sehr darüber, dass du da bist. Mir hat das Video des DDR Hotels, das so selten zu finden ist, sehr gut gefallen. Dankeschön. Ron, Jirka, du musst täglich Knoblauchzehen essen auf der Stulle mit Quark oder Leberwurst. Wäre ewig nicht krank sein, seitdem ich das mache. Ja, ich habe auch schon gehört, und viele machen es auch, aber, aber frische Knoblauch, auch wenn man in eine frische Knoblauchzehe reinbeißt, dann soll man nicht so stinken, ne? Entschuldige, das wird heute ein bisschen öfter sein. Ich weiß, dass die die Knoblauchkapseln nehmen, die auch gesund sind, aber den ganzen Tag immer nach Knoblauch stinken, und das ist immer beim Sport im Fitnessstudio nicht so schön, finde ich. Sandro Lempke, das Video war spitze, vielen Dank, der bunte Kanal, noch 10 Minuten länger, und ich werde reinkommen. Genau, Jeff hat nämlich gesagt, er hat schon Bedenken gehabt, dass ich dort umgekippt bin und liege. Das kann ja gut sein. Also, das passiert uns auch nie wieder, hoffe ich doch zumindest, dass ich, wir wollten ja auch einfach nur gucken, wir haben ja nicht damit gedacht, ich hatte ja auch weiter nichts mit, ich hatte ja nur die Kamera mit und meine Taschenlampe. Sonst habe ich ja noch Rucksack und ihr wisst ja auch was, ich habe da was zu trinken drin und so. Man weiß ja nie, wie lange man dort gefangen ist drin. Kommt übrigens bald ein Video, wo wir auch wieder, nicht mit Jeff, sondern mit Kimi, ich habe ja noch ein paar Videos mit Kimi, wo der Eingang versperrt war. Man weiß ja auch nie, wie lange man da drin ist, wo wir nicht rausfanden, weil da jemand gearbeitet hat. Und Jeff wollte dann reinkommen, genau. Der hat sich schon Sorgen gemacht. Thomas aus Neubarnburg. Ja, das ist meine Strecke, wenn ich einkaufen fahre. Jäger seit vielen Jahren. Darüber haben wir gesprochen, mit der Gulaschkanone, meint Thomas jetzt. Für alle, die kein Instagram haben, wissen das nicht. Nicole, hallo Nicole, ich grüße dich. Moni, guten Abend. Jay, eine Frage. Man kann doch bei Insta und Facebook gleichermaßen die Storys teilen. Magst du nicht auch auf Facebook teilen, für die, die kein Insta haben? Nein. Also auch nicht böse gemeint, bei Facebook mache ich gar nichts mehr. Und ich mache... Bei Instagram mache ich auch nur noch meinen Kanal. Also nicht meinen Kanal, ich habe ja noch einen privaten Kanal. Aber ich habe meistens immer nur den JNP Explorations Kanal an. Und somit sehe ich auch nicht andere Storys. Es ist schade, dass der Chat heute hängt. Das finde ich ein bisschen... Ich bin nicht gerade raus. Susi Schröder schreibt, wegen deines Herzens darfst du deine Erkältung auch nicht verschleppen. Das kann gefährlich werden. Also bitte vorsichtig sein, liebe Läger. Das ist im Grundsatz, vom Grunde her richtig. Aber das muss auch jeder beachten. Das kann sich erst Jahre später auswirken. Da war ich früher auch sehr naiv, als ich noch Extremsport gemacht habe. Eine Woche krank und dann gleich wieder ran ans Eisen. Das mache ich diesmal nicht mehr. Wenn ich dann wieder gesund bin, dann gönne ich mir noch eine Woche Pause. Wozu, Freunde? Wozu? Ich mache das ja jetzt nicht, um Spitzensport zu machen oder weil ich Spitzenleistung erreichen will. Ich mache es ja wie in der Gesundheitsschiene. Und da hat sich mein Training grundlegend zu 80 Prozent verändert. So. DG. Ich vermute mal, du heißt Diana, ne? Kann das sein? Das Video am Sonntag war mega schön. Vielen Dank. Vielen Dank, DG. Thomas aus der Bornburg. Das Video war super. Ich glaube, Super Uli und Lost Place Tapes waren auch schon da. Ne. Das wüsste ich. Ach, von Lost Place Tapes. Also kann sein, weil der hat, der ist auch immer ziemlich früh an. Das kann sein. Das will ich jetzt nicht abstreiten. Ach, bei Super Uli ist vielleicht das Video drauf. Das ist mal interessant zu erfahren. Weil irgendjemand hat mir geschrieben, er kennt das Objekt schon. Klar, wird es geben, immer wieder. Deswegen hätte ich es gerne mal gesehen, wie das Video so gemacht ist, worden ist, wie die reingekommen sind und weil sie was verraten. Andrea Pretzer. Bei frischem Knoblauch stinkt man nicht. ist richtig gesund und mein Opa hat das immer gemacht und ist 100 Jahre alt geworden. Ja, aber es gibt auch Leute, also nicht, die Aussage ist natürlich nicht falsch, aber es gibt auch Leute, die rauchen und saufen und machen sich gar keinen Kopf und wieder gesund hat und werden auch 100 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie alt Bundeskanzler, wie alt Helmut Schmidt geworden ist. Den besten Kanzler, den wir jemals hatten in Deutschland. So was wird es auch nie wieder geben. Der Mann hatte noch Eier. Da kann man einfach, der war ja Kettenraucher und guckt mal, wie alt der geworden ist. Ich weiß gar nicht, wie alt ist der geworden. Mr. Snoop Dogg, hi zusammen. Hi. Mr. Snoop Dogg, ab 1. April ist Kiffen erlaubt. Nur wegen dem Namen, Entschuldigung. Ey, no hate. Ja, also lustig gemeint. Ich wünsche allen einen schönen Feiertage. Vera, das wünschen wir dir auch. Linde B. Nach Knobi viel Petersilie essen. Dann riecht man, äh, Petersilie ist ja so gar nicht, mein Gewürz, ne? Boah. Äh, Gewürz, mein Kraut, ne? Wenn ich immer zur Kantine fahre, dann machen die auch immer Petersilie, so einen Löffel rüber. Ich vergesse immer Bescheid zu sagen. Äh, äh, ist schon zu spät. Ich finde, also ich esse es mittlerweile, weil ich, ja, aber so Petersilie, das ist einfach nur christlich im Mund und schmeckt mir nicht. Es ist meins, es ist also mein Empfinden so. Sebastian schreibt, mir wurde schon des Öfteren gesagt, man soll immer eine Location zu zweit reingehen, falls einem was passiert, dass der andere Hilfe holen kann. Ja, das ist, oh, jetzt habe ich die Lautschecke hier verdreht. Äh, das mache ich ja auch selten. Ich bin ja sehr oft alleine unterwegs, aber ich habe immer eine Kontaktperson. Jetzt gehe ich rein. Im Gewissen, ähm, mit Melli mache ich das oft, ne? Melli, bist du noch hier? Melli ist dann sehr oft meine Kontaktperson, ähm, und ich weiß nur noch, äh, ja, wo ich meine Höhenangst überwunden habe, als ich das erste Mal alleine da war. Äh, und dann haben wir ein Zeitfenster und wenn, äh, was ist, dann ruft die Person an und wenn sie mich nach dem dritten Mal nicht erreicht, äh, wird dort, äh, werden die örtlichen Behörden informiert, dass mir höchstwahrscheinlich was passiert ist in diesem Ort. Also eine Person weiß immer ganz genau, wo ich bin. 96 Jahre Selmut Schmidt gewonnen, der hätte noch viel älter werden können und der hätte auch noch länger Kanzler bleiben müssen. Den wünsche ich mir heute als Kanzler, ganz ehrlich. 96 schreibt ihr alle, ja. Mr. Snoop Dog, haha, ja danke, aber rauche nicht. Mein Hund hieß Snoop, ja, alles gut. War auch nur, äh, Spaß. Sandra Stunkowski, jetzt wissen wir, was Yirka an seinem Geburtstag macht. Ja, was mache ich denn an meinem Geburtstag? Ich habe meine Kiddies. Daniel, schön, dass du dabei bist. Namen, ihr Lieben, von der JNP Family und Ed Yirka. Daniel, Grüße zurück. Daniel hat mich auf dem Artikel aufweichen, also Gott, das geht gar nicht. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, eine Zeitung nennt einen Lost Place und was für ein geiler Lost Place. Daniel, schreib hier bitte nicht rein, um welchen Lost Place es geht. Ja, bitte, auch nicht den Zeitungsartikel und welche Zeitung, weil dann, äh, und, also, wofür wir immer angefeindet werden, die fotografieren das Ding, setzen da Bilder rein und schreiben öffentlich, wo sich dieser Lost Place befindet. Das geht gar nicht. Und das ist so ein toller DDR-Lost Place, der eigentlich, gibt es den überhaupt schon nochmal auf YouTube? Ich glaube nicht. Fotografen sehr viele, aber ein Filmchen und das hat Daniel mir geschickt und da war ich so empört über diese Zeitung, dass die einfach die Adresse raushauen. Äh, ja was, ach so, die haben noch so schön geschrieben, ne, Daniel, ja, ist durch den Zaun geschützt und da hast du auch noch geil untergeschrieben, ja, jetzt würde ein Zaun auch nichts mehr bringen, ne, wenn die ganzen Vandalen, Diebe und Brandstifter da hinfahren und damit, ja, das hast du völlig richtig da untergeschrieben, wie kann man denn als eine große Zeitung einen, äh, Lost Place namentlich benennen, der auch nicht irgendwie, der auch noch möbliert ist komplett. Da ist noch alles drinne und es ist eine DDR-Perle. Also das ging auch gar nicht, das ist meine Meinung dazu, tut mir leid. Äh, wir werden dafür immer groß angekreidet, angefeindet und so und die sorgen jetzt dafür, dass die Leute dort hinfahren und höchstwahrscheinlich auch nur nicht, nicht nur die Lost Place äh, interessierten, äh, 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 die Loster, ich finde ja immer neue Worte, die ganzen Loster da hinfahren, sondern auch die Vandalen, Diebe und die DDR-Erinnerungen mitnehmen wollen. Das ist ganz einfach so. Da hat die Zeitung, äh, nichts Gutes gemacht. So, da hast du recht, der als Kanzler, Linde B., Dennis, Denise Grüner, er heute als Kanzler, der würde auch, der würde auch mal auf den Tisch schauen. Also Denise, jetzt, jetzt muss ich mal einen Witz, ich muss mal, nee, das macht man eigentlich nicht, aber wie kann denn ein Grüner sagen, dass, äh, Helmut Schmidt wieder Kanzler werden? Eine Grüne, entschuldige bitte. Nein, es spaß dir nichts, ich hoffe, du verstehst auch ein bisschen Spaß. Willy Brandt war auch nicht schlecht. Mit Willy Brandt habe ich mich nicht so sehr beschäftigt, das hat mich noch nicht interessiert. Äh, ab Helmut Schmidt, weil mich dieser Mensch sehr fasziniert hat, wenn ich in seinen Interviews gesehen habe, was für ein intelligenter und weiser Mann, und er wusste vieles schon im Voraus, viele, viele Jahre im Voraus, was schief gehen wird, wenn wir es so machen, und vieles ist jetzt eingetreten, dass wir es so gemacht haben, und vieles ist jetzt auch so schief gegangen, wie Helmut Schmidt es gesagt hat. Das war ein sehr weiser und intelligenter Mann. Gott hab ihn selig, wirklich. Den verehre ich wirklich. Das ist ein Kanzler gewesen, aber jetzt kommen wir mal nicht wieder zur Politik hier. So, ähm, wann kommt von dir eigentlich die erste Overnight? Da sträube ich mich immer so ein bisschen dagegen, Sebastian, weil ich, äh, ich bin Heimscheißer. Ich brauche meine vier Wände, oh, jetzt hätte ich beinahe was verraten, und brauche auch mein Bettchen, äh, ich brauche so ein bisschen Privatsphäre immer. Ich weiß nicht, ob ich da, äh, schlafen könnte. Daniel, ich bin jetzt hier gerade im Livestream, das weißt du doch. Da kannst du mir nicht auf WhatsApp was schicken hier. Ähm, oder war da meistens wichtig zum Thema gewesen? Ach, die, ach, die Zeitung hat sich dazu, hat sie sich dazu geäußert? Nee, ja, das habe ich gelesen. Daniel, alles gut, was noch untergeschrieben wurde. Äh, Katja Weber, nein, das Stasi-Hotel habe ich tatsächlich noch nie auf YouTube gesehen. Möge es eine Perle bleiben. Es wird wahrscheinlich auch eine Perle bleiben, weil, äh, es soll ja wieder hergerichtet werden. Ich weiß nicht, ob es als DDR-Hotel hergerichtet werden soll, weil die anderen Objekte, das ist ein großes, äh, Objekt, ne, eine große, eine große Anlage, da sind sie schon bei, weil die haben uns auch gewundert, da läuft Strom, da läuft der Springboden, da laufen Leute umher, die machen da was und so. Und dann, hä, was soll denn hier verlassen sein? Ne? Das ist auch zu ordentlich aus, das sagen wir auch im Video. Denise Grüner, Name verpflichtet, nicht zu allem. Hier, Jirka, schön, dass du Spaß verstehst, Denise. Ja, das stimmt. Guck mal, Pätze, äh, wo ist der überhaupt? Achso, der kann ja mittwochs immer nicht. Der ist ja auch keine Pätze, ne? Und heißt trotzdem Pätze. Once again, guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Ursula Brettschneider, hallo Jirka, einen schönen guten Abend, wir hatten Probleme und sind nicht in den Chat hineingekommen. Aber jetzt, Ursula, das freut mich, dass ihr dabei seid. Susi Schröder, ich finde, wenn man einen Raucher küsst, kann man gleich einen Aschenbecher auslecken. Ja. Jetzt wieder, jetzt werden wir alle Raucher diskriminiert, aber da gebe ich dir recht. Es ist nicht schön, wenn man als Nichtraucher, äh, wir sind ja alles Nichtraucher hier, ne? Äh, wenn dann, äh, ein Raucher reinkommt und, äh, frisch vom Rauchen und dich küssen will, das ist, das stimmt schon, das ist nicht so schön, ne? Ich sehe hier gar unscharf. Ja? Ist es wirklich so? Also, bei mir ist alles in Ordnung, auf drei Bildschirmen. Wer werden das geschrieben? Diana, musst du wahrscheinlich deine Brille absetzen, oder was? Jetzt hau ich mal zurück hier. Ich bin doch ein Scharfer, was ist denn los mit euch? Ursula Breit-Bretzschner, Breit-Bretzschneider, oh Gott, ist mir schwierig, die Namen richtig auszusprechen, also nicht böse sein. Hallo Jirka, einen schönen guten Abend. Wir hatten, achso, das habe ich schon vorgelesen. Susi, ich, ja, hatten wir auch schon. Bei mir ist das Bild klar, Diana. Diana, bei einem läuft der Chat nicht, bei einem anderen ist ich, ich weiß nicht, seid mir nicht böse. Ne? Hauptsache, wir können schnacken miteinander. Ihr lenkt mich ein bisschen ab, mir geht es gerade, ja, relativ gut, weil ich abgelenkt werde. Wie spät haben wir es denn? Boah, gut, nicht eine ganze Dreiviertelstunde. So, Diana schreibt, Ne, Sina, musste auch, musste ich auch machen, Diana. Aha. So, Armin Stefan, das gesamte Video vom DDR-Polit-Ferienheim gibt es bei, beim Mini-Kanal Jesse Urbex, aber klasse gemacht, an die alle, Jesse Urbex? Moment. Das gucke ich nach, das interessiert mich. Das darf ich natürlich jetzt hier nicht, Jesse Urbex, den habe ich ja noch nie gehört, mit euch bildlich machen, weil, Jesse Urbex gibt es nicht. Wer hat denn das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Halt, hört mal auf, hört mal auf zu kommentieren. Hier kannst du immer scharf. Anja, bei mir ist, bist du scharf, Kirstin, ja, schön. Meine Kamera fokussiert das Mikrofon, deswegen habe ich ja schon das Mikrofon runtergenommen, ein bisschen. Ist jetzt besser? Wer hat denn das geschrieben hier? Wo war denn das jetzt hier? Jesse Urbex? Wo ist denn das? Ich sehe hier Gehorn scharf, da waren wir. Das interessiert mich jetzt, da müsst ihr jetzt mit durch. Was? So schlimm ist das nicht. Putze dreimal täglich 10. Was habt ihr denn für den hier? Habe auch mal geraucht, seit 23 Jahren clean. Super, Diana. Wo ist denn der Kommentar mit dem? Bin ich blöd? Frechheit und unbesonnen von der Zeitung. Gruß Roland. Ja, da hast du recht. Könnt ihr mich jetzt noch hören? Ich suche den Kommentar. Das gesamte Video. Ach hier. Armin Stefan. Das gesamte Video vom DDR-Polit-Ferienheim gibt es beim Mini-Kanal Jesse-Urbex. Ach, hier gibt es eine Jesse. Hallo und herzlich willkommen auf meinem ersten Lost Space Video vor fünf Jahren. Ach doch, hier gibt es eine Jesse. Aber die nennt sich nicht Jesse Urbex, sondern einfach nur Jesse. Wie groß ist der Kanal? Du sagst ein kleiner Kanal, 114 Abonnenten, immerhin schon. Liebe Jesse. Ich muss mal gucken. Ach, Jesse legt auch noch lädt auch noch anderen Content hoch. Hier sehe ich gerade. Echt jetzt? Feuer im Kindergarten. Festival. Vlog. Vlog. Mücken und Döner. Ne, das darf ja nicht sein. Ja, ich muss mal, ich muss mir das mal speichern und dann muss ich mal nachgucken. Ich will ja jetzt mit euch ein bisschen schnacken. Aber mich interessiert das Video natürlich. Porzelchen. Hey Jirka, wie verhält es sich eigentlich juristisch? Du filmst ja quasi deine eigenen Straftaten. Könnte dir die Polizei nicht ziemlich leicht einen Strick drehen? Juristisch ist das so geregelt, dass der Besitzer, ne, nicht der Besitzer, das ist ja auch, es gibt ja einen Eigentümer, es gibt einen Inhaber und es gibt einen Besitzer. Doch, jetzt habe ich es richtig ausgedrückt. Der Besitzer, also der Inhaber ist ja derjenige, der da gerade drinnen wohnt. Das ist der Inhaber und der Besitzer ist wirklich der, das ist auch, ich habe das in meiner Sicherheitsausbildung, ja, ich hoffe, ich sage das jetzt so richtig. Ist egal. Der Besitzer muss eine Anzeige erstatten. Schöne Frage übrigens, sehr schöne Frage mal. Auch mal passend zum Thema und was viele auch nicht wissen. Der Besitzer muss Anzeige erstatten und dann kann mir daraus auch ein Strick gedreht werden, ja. Also wenn andere meinen, die müssen mir, die müssen da Anzeige erstatten, nur weil wir da drinnen waren, muss die Polizei dem natürlich nachgehen. Aber wenn der Besitzer kein Interesse daran zeigt, dass es irgendwie strafrechtlich verfolgt wird, genau, dann kommt es auch nicht, dann wird es auch nicht, dann wird das auch fallen gelassen, so schreibt das Gericht immer. Ich habe ja schon mehrmals das gehabt, die Situation. Ich muss dazu auch mal ganz wirklich, ganz ehrlich sagen, an alle Lost Place Besitzer da draußen, bis jetzt habe ich wirklich immer viele Situationen vernünftig regeln können und ihr wart auch wirklich sehr, sehr, sehr verständnisvoll. Ihr habt mir ein Limit gesetzt, sehr oft, dass ich das Video bitte runternehmen soll und dann ist es geklärt. Man hätte da wirklich auch anders reagieren können, da muss ich euch mal wirklich, ihr werdet das nie sehen, ich weiß das. Aber trotzdem, ein ganz großes Lob aussprechen. Ich musste sehr, sehr viele, nicht sehr, sehr viele, aber schon einige große Videos runternehmen, wie das Hotel mit dem schönen Schwimmbad, da waren wir bei 80.000 oder so. Aber das nehme ich gerne runter oder den Opel Manta musste ich runternehmen, da hat mich der Nachbar angeschrieben, dass sein Grundstück zu sehen ist, hat gebeten, die Szenen rauszuschneiden. Ich habe das Video komplett runtergenommen. Ja, und noch so, das, ach so, mit Sarah, der Brief, wo die ganzen, wo der Wohnwagen und so war, das war kein Lost Space, so hat mich auch der Eigentümer, das ist jetzt wie ein Unterschied, angeschrieben, der kennt aber den Besitzer, der jetzt, ne, und der hat dann, wieso steht denn jetzt hier der Chat? Schreibt ihr nichts mehr rein? Oder bin ich jetzt ganz abgekackt? Sind wir noch online? Jetzt kriege ich eine Nachricht rein. Achso, ich soll mich bewegen. Könnt ihr mal bitte was in den Chat schreiben? Ihr schreibt alle nicht. Oder was habe ich jetzt die Probleme? Freunde, was ist los? Also, Leo Bella. Ja, doch, 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 okay. Hä, was war denn gerade los? Das kenne ich nicht. Sonst läuft der Chat immer durch und jetzt stand er so eine Minute. Oder achso, ihr habt mir bestimmt aufmerksam zugehört, ne? So wie ich das auch immer von euch verlange und nicht untereinander. Siehst du, immer hat er was zu meckern, ne? Quatsch ja untereinander, mecke ich. Hört ihr mir zu, mecke ich. Nein. Und da hat er mich auch gebeten. Also, er hat mich angeschrieben und hat dann gesagt, kannst du das Video drin lassen? Dann wurde aber noch mehr dort eingebrochen und dann hat er gesagt, mach, nimm das Video bitte runter. Habe ich gemacht. Habe gleichzeitig auch einen Aufruf gemacht, weil das Video, falls derjenige zuguckt, auch auf meinem Kanal ist. Man hat mich nämlich gebeten, zum anderen Video was zu machen. Mach ich nicht. Ich bin nicht dafür verantwortlich, falls du zuguckst, wenn ein anderer YouTuber, dieses oder jetzt noch mehrere YouTuber, aber ein anderer YouTuber hat das Video rausgebracht und man konnte anhand der Luftaufnahmen erkennen oder herausfinden, um welches Objekt es sich handelt. Und jetzt ist natürlich die Kacke da am Dampfen. So. Ich habe das Video nie auf meinem Kanal gehabt. Natürlich könnte ich jetzt, wie man mich drum gebeten hat, ich schweife wieder total ab vom Thema, auch darauf eingehen. Aber dann müsste ich auch auf so viele andere verlassenen Orte eingehen, die geschützt werden müssen, wo Idioten unterwegs sind, weil die richtigen Urbexer, die das wirklich aus Leidenschaft machen, die verhalten sich dort vernünftig. Das ist einfach so. Und ich habe nicht mal was mit dem Video zu tun. Das Video ist bei mir gar nicht auf dem Kanal und da hat man mich gebeten, hier heute auch im Livestream das mal kundzugeben, dass das kein Lost Place mehr ist. Nee, das mache ich nicht. Da könnt ihr mir auch böse sein oder so. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich hier irgendwie, wenn man da hinfährt, sieht man das. Ganz einfach. Punkt. Ich war nämlich auch schon da, aber ich habe kein Video draußen. So. Und wo fange ich an, wo höre ich auf? Weil wenn ich erst mal mit einem Lost Place anfange und das durchgebe, wenn das bei mir auf dem Kanal wäre, würde ich es verstehen. Ja? Dann würde ich auch sagen, passt auf Leute, ich habe es auch rausgebracht. Könnte man vielleicht auch anhand daraus finden, herausfinden. Ihr könnt das jetzt blöd finden oder nicht. Das ist halt meine Meinung. Aber dann müsste ich ja in jedem Chat einen Lost Place nennen. Dann schreiben ich die Leute mal, nennen mal den Lost Place, den Lost Place. Das geht nicht. Das endet irgendwo dann im Nirvana und deswegen müsst ihr es auch verstehen, dass ich das nicht machen kann. Ich habe ja auch gar nichts mit dem Lost Place zu tun. Das hat ein anderer YouTuber rausgebracht. Bums. Das war mal kurz offline. Jetzt wisst ihr, um welches Video es sich handelt. Und dann war es wieder online und das hat rege Aufmerksamkeit in der Urbex-Szene erlangt, dieser Ort. Und ich habe da mal nichts zu tun. Ganz ehrlich. So. Kann man doof finden, aber ich muss ja auch mal abgrenzen, wo fängt es an und wo hört es auf. Wenn ich jetzt ein Lost Place erwähne, wo man sagen soll, mach das bitte nicht, bla bla bla, dann kommen noch mehr Leute auf mich zu oder dann ist es ja auch ungerechtfertigt den anderen gegenüber. Deswegen, wenn es nicht auf meinem Kanal zu sehen gewesen ist, dieses Objekt, dann werde ich da auch nicht eingreifen. Das ist nicht meine Schuld gewesen, dass die Adresse rausgekommen ist. Klingt hart, aber ich bin halt ehrlich. Ich bin halt ehrlich und direkt. Ich muss da auch irgendwo Grenzen setzen, weil der komme ich gar nicht mehr nachher hinterher. Es gibt so viele Idioten da draußen, die so viel Blödsinn machen. Diana ist mein Bild dann jetzt auch scharf. Nicole Schnurrbusch. Es gibt Bilder von diesem Ort, wo es jetzt noch schlimmer aussieht. Sandro Lembke. Genau. Du machst du vollkommen richtig. Danke. Doch Sandro. Ich habe jetzt Sandra gelesen. Tuncher. André Preetze hat Jirka angesteckt. Wieso? Gabriele Pichler. Colorado Power. Lachsmiley. Colorado Power. Huhu. Was heißt hier? Huhu. Kannst du auch in ganzen Sätzen schreiben, Ralf? Oder ist deine Tastatur kaputt? Gehen nur noch zwei Buchstaben. Armin, ich habe es gefunden. Schreib mal rein, Jay. Wie heißt das Video? Mr. Snoop Dogg, verstehe dich voll. Alles gut. Denise Grüner. Ach, ich sage mal, Nachtü an alle. War schön, mal wieder dabei gewesen zu sein. Denise, schlaf gut. Schön, dass du dabei warst. Tuncher. Ach so. Lisa Schmid. Hast du das mit Leon TV mitbekommen, dass er angegriffen wurde von einem Anwohner? Ja. Klar. Habe ich mitbekommen. Habe ich mitbekommen. Sandra Stunkowski. Du bist ja nicht dafür verantwortlich, was andere tun. Das ist es immer. Natürlich haben wir auch eine gewisse Vorbildfunktion. Aber hallo. Ich habe ja gar nichts mit dem Ohr zu tun. Der ist ja nicht mehr auf meinem Kanal. Und da bittet man mich darum, das in der Facebook-Gruppe freizugeben. Das entscheidet erst mal mein Mod. Ich habe mit der Facebook-Gruppe gar nichts mehr zu tun. Dort gibt es einen Moderator und hat auch mich informiert darüber und hat richtig entschieden. So hätte ich auch entschieden. Also wir sind ein Herz und eine Seele. Wir wissen beide, was wir wollen. Und sowas möchte ich da nicht. Kann ja keiner was dafür. Also wir jedenfalls nicht. Das hört sich jetzt hart anfühlen nach draußen. Wieso kannst du doch mal machen und so. Aber ihr wisst nicht, wo das endet nachher. Wie gesagt, hätte ich das Video auch rausgebracht, dann würde ich auch sagen, ja okay, passt auf. Aber man muss da auch leider Grenzen setzen. Sonst, ich wurde auch oft angeschrieben, kannst du mal das für mich teilen, damit die Leute dort spenden. Kannst du mal das für mich teilen. Nein, wir sind hier noch. Ich bin doch nicht der Samariterbund. Natürlich unterstütze ich in schwierigen Situationen gerne. Aber man muss auch da leider ausfiltern. Du weißt ja nicht, erzählen die Leute dir die Wahrheit. Gibt es überhaupt so einen Menschen, denen es wirklich so schlecht geht und dann einfach nur ein Paypal-Konto erwähnen und der andere freut sich dann zum Beispiel. Gibt es ja auch solche Leute da draußen. Das muss man ja alles bedenken. Und deswegen sage ich lieber immer mit Vorsicht, nein, wenn ich das nicht zu 100%ig weiß, dass das wirklich, dann mache ich es nicht. Aus eigener Vorsicht. Ist einfach so. Haut mal wieder gute Fragen rein. Die Frage mit dem, hauchst du da nicht dich selbst in die Pfanne, fand ich sehr gut. Sebastian, wenn dich ein Besitzer anzeigt, sieht das eigentlich eine Geldstrafe nach sich? Meistens ja. Also, äh, Subotnik gibt es nicht mehr? Diana schreibt, du bist du. Ja, du bist scharf. Diana, ich danke dir. Nein, du meinst jetzt von der Kamera her, ne? Der bunte Kanal. Gute Nacht, Jäcker und allen anderen. Muss wieder um 2 Uhr aufstehen. Bis zum nächsten Mal. Ne, Jeff, ich ruf dich nach dem Stream noch an, weil ich noch was mit dir zu bereden habe. Nein, Jeff, schlaf gut. Schön, dass du trotzdem kurz reingeguckt hast, ne? Wir wollten ja heute eigentlich das Video auswerten, aber, äh, nun mach ich doch. Äh, ja, ich wusste nicht, ob ich's durchhalte. Und mittendrin abzubrechen, weil's mir nicht so gut geht, wäre dann blöd gewesen, ne? Hast du nun schon reingeschrieben, wie das Video heißt? Umtreiber auch noch dabei, schön, Sina, der bunte Kanal, ein rotes Herz, für alle sicherlich. Ich krieg kein rotes, ich krieg nie ein rotes Herz. Wenn wir, äh, jetzt schickt er mir gleich bestimmt ein rotes Herz per WhatsApp, Jeff. Ich kenn ihn doch. Jay, ein Ferienheim von einer anderen Kategorie. Ach so, ich dachte, es geht um das Video, was, ach so, ja, okay. Also, ich lese hier gerade, ihr könnt euch dann, falls ihr dabei seid, ihr könnt euch mal an diese YouTuber wenden, die dieses Video online haben und die dafür eigentlich gesorgt haben, äh, äh, die müssen, nicht müssen, ist ja auch falsch. Es kommt jetzt total falsch rüber bestimmt, aber, ihr versteht das, also, einige werden es bestimmt nicht verstehen, wieso, du kannst es doch mal machen. Ja, wenn man es mal macht, muss man es immer machen. Ähm, ich bin nicht daran schuld, dass es jetzt so ist, da wie es ist, weil das Idioten gibt und ich habe das Video auch nicht auf meinem Kanal. Viele andere haben das Video auf ihrem Kanal. So, und die müssen jetzt bitte handeln. Ja. Sandra hört nichts mehr. Also, ich weiß nicht, was mit der heutigen Technik los ist oder heute mit der Technik los ist. Äh, Leo Bella, ich drehe mich auch wecker, ich drehe mich auch um, Wecker klingelt um 5, schlaf schön. Gute Nacht, Leo Bella, schön, dass du dabei warst. Kirstin C, ähm, danke, die auch Sine habe, als schöne Feiertage. Thomas aus Hamburg, Jirka, du musst, Jirka, da musst du dann viele Falsche sammeln wegen der Geldstrafe. Watt, Moment mal. Jeff hat mir ein Herz geschickt. Wirklich. Ungelogen. Jeff ist geil. Ich wage ihn total. Der ist so knuffig. Und das passt auf Los Blästow einfach, ne? Auch so. Nicht nur auf Los Blästow. So, Jirka, du musst, nee, ach so, Jirka, da musst du dann viele Falsche, viele Falschen sammeln wegen der Geldstrafe. Den Satz verstehe ich nicht, Thomas. Kannst du den bitte nochmal anders schreiben? Ähm, Colorado Power, Jirka, nee, du hast gesagt, wir sollen was schreiben, weil du sagtest, der Chat hängt. Und das habe ich getan. Ja, schön. Guck mal, Pamela auch dabei, habe ich noch gar nicht gesehen. Armin Stefan, ja, schon öfter. Ich komme mit euch nicht mit, ne, aber es ist auch klar. Susi Schröder, ich habe mal Angst, dass dir irgendwo mal jemand eins über den Dötz haut, das kann auch passieren. Ich habe mal bei einer, kann ich ja mal die Türgeschichte erzählen. Kennt ihr, das, wahre Story, ne, die Marskrüge, ein Liter, vom Oktoberfest, und ich glaube, es war sogar Oktoberfest. So, Schlägerei, naja, Schlägerei, also so schnell kippe ich nicht um, wollte ich damit sagen. Wir Reihen, auseinandergebracht, Türsteherkollege, leider falsch, gehandelt, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, und auf einmal die ganze gesamte Meute gegen uns, die gesamte Meute gegen uns. So, wir mussten uns natürlich dann zur Wehr setzen, weil die sind alle auf uns rauf gestürmt, und wir, ich stand mitten im Raum, mein Türsteherkollege hatte Glück, ähm, hat in dieser Situation nicht ganz richtig gehandelt, das kannst du, so kannst du nicht handeln, wenn, äh, 20 Kumpels drumherum stehen, so, ne, ja, und da mussten wir durch, die wollten alle auf uns rauf. Mein Kumpel, mein Türsteherkollege hatte Glück, stand an der Wand, und ich hatte Pech, stand mitten im Raum, und war vorne beschäftigt, bam, 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 also es ging wirklich hin und her, bin ich auch nicht stolz drauf, sag ich ganz ehrlich, ne, die Fäuste flogen, äh, man hat mich geschlagen, ich hab zurückgeschlagen, das ist eigentlich nicht Sinn eines Türsteherjobs, aber ich musste mich auch irgendwie wehren, weil die kamen alle, wollten alle auf uns rauf, die wollten uns zerpflücken, der gesamte Saal, wir mussten Herrn mit Polizeischurz rausgebracht werden, der Veranstalter hat uns auf Toilette eingeschlossen, hat sich da vorgestellt, und wir in unserem Wahn wollten auch raus, und da vor der Tür standen 10 Mann und wollten rein, das war wirklich ungelogen, so, passt auf, jetzt kommt einfach mal zum Bierkuchen, ähm, ich vorne beschäftigt gewesen, auf einmal merkte ich nur so, boah, ich dachte, und da kam schon die nächste Faust geflogen, musstest ausweichen, musstest wieder in den Griff, du willst ja auch nicht mehr gleich zuhauen, ne, flache Hand und sowas, alles, naja, gut so, und dann merkte ich schon wieder, aber so richtig, es hat richtig so geknackst im Kopf, ne, und dann drehte ich mich um, und dann hab ich nur noch gesehen, wie er so den Bierkrug so quer nahm, stand aber oben auf einer Bierbank, wahre Geschichte, und haute mir dann nochmal zum Glück quer, also vorher hat er mit dem Kantenhammzeugen mir vor Gericht erzählt, er hat mir den Unterboden hier zweimal so richtig ausgeholt und raufgeschlagen, dass ich da nicht umgekippt bin, hab mich gewundert, und dann nahm er ihn beim dritten Mal quer, und ich drehte mich gerade um, und dann sah ich nur noch den Bierkrug kommen, und konnte nicht mehr ausweichen, und der Bierkrug zersplitterte, so, ja, was soll ich sagen, es kam zur Gerichtsverhandlung, man hat mir, da bin ich auch nicht stolz drauf, Bilder vorgelegt, wie die Person danach aussah, ich weiß nichts mehr davon, ich bin nicht umgekippt, der Veranstalter mit seinen Bediensteten hat uns dort aus der Situation rausgezogen, und das Klo eingeschlossen, Blut überströmt, musste ich noch ins Krankenhaus, Splitter ziehen, Klamotten zerrissen, wir sahen aus, Freunde, ich wollte bloß, eigentlich, warum erzähl ich die Geschichte, so schnell kippe ich nicht um, also ich hab dreimal ein 1 Liter Bier, Marsbrug auf den Kopf bekommen, und bin nicht umgekippt, so, bin ich aber auch nicht stolz auf diese Geschichten, da waren wir jung und unerfahren, und das ist auch, ja, aber auf einmal hatten wir das ganze Dorf gegen uns, das ist leider so, erst prügeln sich untereinander, dann nimmst du auseinander, und das war eine, ja, das hätte er nicht sagen dürfen, und dann ging's los, ne, er hätte da, aber gut, nobody is perfect, ich war 14 Tage krankgeschrieben, hab Verdienstausfall gekriegt, vor Gericht, natürlich hab ich Anzeige erstattet, weil das ist für mich, äh, sehr schwere Körperverletzung, dreimal, mit, 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 mit einer Maß, oder so nennt man das doch, ne, auf den Kopf, von hinten jemanden raufzaugen, das ist für mich schon heimtückisch, äh, es wurde aber nur als Körperverletzung gewertet, was heißt nur, ich wollte dem ja auch, äh, ja, er musste halt ein bisschen Geld bezahlen, und meine Klamotten, und meinen Verdienstausfall, und die Gerichtskosten übernehmen, glaub ich, ne, so, nächste Veranstaltung war drei Wochen später, haben wir einen Mann mehr mitgenommen, und sind trotzdem wieder hingefahren, und seitdem war alles friedlich, da hatten wir aber auch einen guten Mann mit, da hatten wir einen richtig guten Mann mit, so, ja, Susi, ich weiß schon, was du meinst, äh, dass mir auf dem, jemand, auf dem, das playst, du hast ja gesagt, du hast immer Angst, dass mir einer auf den Döds haut, ich meine, ich bin jetzt, bin ich 20 Jahre älter, oder 25, jetzt kann es passieren, dass ich, wenn mir einer einen Strohhalm auf den Kopf haut, dass ich davon umkippe, damals hatte ich einfach nur Glück, höchstwahrscheinlich, dass er nicht richtig, also er hat schon auf den Kopf getroffen, in die Splitter mussten ja gezogen werden, ich hab's auch richtig knacken merken, äh, mein Gott, Jäger, du machst Sachen, ich hab die Sachen nicht gemacht, die Sachen hat ein anderer gemacht, aber das ist vergessen, das ist auch, äh, Geschichte, wir haben uns ausgesprochen, scheiße gelaufen, äh, ich bin auch nicht fehlerfrei, ich hab auch viele dumme Sachen in jungen Jahren gemacht, Schlägereien gehörten dazu, also, äh, nicht in jungen Jahren, sondern an der Tür, das ist einfach so, ne, äh, ich kenn keinen Türsteher, der sich noch nie geprügelt hat, äh, und viele wollten's auch immer mit den Türstehern wissen, wollten's auch immer wissen und so, und das war halt eine doofe Situation, man stellt sich nicht, oben auf die Bierbank und klappt dann von oben mit einem Maßkrug auf den Kopf umher, das war nicht gut für ihn, so, Nicole, ich hatte diese Person vom Video angeschrieben, das ist wegen, jetzt muss ich jetzt mal durchlesen, wegen dem Zeigen vom Ort jetzt alles kaputt ist, da sagte derjenige nur sowas wie, bist du doof, um Zeigen geht nichts kaputt, aha, nennen noch Namen, Nicole, komm, wir machen mal ein bisschen Beef hier, Tunche, Jäger, du Raudi, ist lange her, heute nicht mehr, die Jugend ist da, die Besseren sind da, äh, die Jüngeren sind da, sollen sie auch den Job machen, es gibt gute Firmen hier auf der Insel Rügen, die den Job wirklich super machen, für mich ist das Ding nichts mehr, ich würde auch nie wieder an der Tür arbeiten, mach dir nix wegen den Spuren, aus deiner Tür steht die Tätigkeit, Jäger, die Frauen können ja das Licht nimmen, so schlimm ist nicht, ich hab ein paar Narben, hier einen Cut, hab hier ein paar Narben, übrigens, als wir aus dem Oktoberfest rauskamen, mein Türsteherkollege und ich, beide Fäuste geschwollen, zwei Tage, komplett geschwollen, so mussten wir uns wehren, da war auch die Story, das war auch die heftigste Story, glaube ich, die ich erlebt hab, so von, ja, naja, tja, das Leben ist ein Berg und eine Talfahrt, richtig, Diana, Robert vom Walde, einmal hast, isst man Hund und einmal isst man Baum, der ist auch sehr schön, den kannte ich aber irgendwie schon, Boomcap08, so schönen Abend, so schönen Abend noch für alle und später eine gute Nacht, ja, dir auch, schön, dass du dabei warst, Diana, jeder macht mal Böze und man muss schauen, wie man aus der Sache gut rauskommt, ohne Schaden, ja, richtig, Diana, wir waren jung, wir brauchen das Geld, nobody is perfect, jeder hat seine Leichen im Keller, von daher, wichtig ist, dass man sich nachher zu einem guten Menschen entwickelt, was man auch immer gut bezeichnen mag, da liegt die Definition zwischen den Menschen ja auch unterschiedlich, der eine mag das, der andere mag das, das ist auch völlig normal, Gabriele Pichler, da musst du froh sein, dass du noch eine gerade Nase hast, ja, meine ist ja nicht klein, ne, also einen Cut habe ich hier, die Narbe ist hier irgendwo, ich weiß gar nicht auf welcher Seite, hier habe ich auch noch ein paar Narben, aber sonst ist Gott sei Dank in den 18 Jahren alles gut gegangen, muss man auch wirklich so sagen, wir hatten aber auch alles, Waffen, Messer, sind ja Waffen, ja, Baseballschläger, aber Baseballschläger ist eigentlich, wenn der ausholt, gehst du rein in den Mann, ne, die meisten schrecken ja zurück, du musst dagegen, instinktiv dagegen arbeiten, weil wenn der ausholt, die meisten gehen zurück und dann erwischt er dich erst recht, so, und wenn der ausholt, das musst du sehen, das haben wir auch geübt, geprobt, wöchentlich, Normi hat uns da trainiert, ne, Normi, vielen Dank, falls du das mal irgendwann sehen solltest, sofern der gleich ausholt, rein in den Mann, und was, wenn du dicht an dicht stehst, was will er dann mit dem Baseballschläger noch machen, da kann er dich nicht so doll treffen, außer er haut, wenn er erfahren ist, noch einmal auf die Schläge, oh Gott, jetzt erzähle ich viel zu viele Sachen, ne, ich darf nicht zu viel erzählen, so, ganz vom Thema abgekommen, Narben auf der Seele sind oft schlimmer, ja, die habe ich auch, Susi, ich habe große Narben auf der Seele, manchmal eigenverschuldet, aber manchmal auch nicht eigenverschuldet, Narben machen hübsch, hier gar, Robert, da geht doch was mit uns, oder, David Schmid, Nicole Schnurrbusch, wir sind doch hier unter uns, nee, sind wir ja nicht, Nicole, achte sehr darauf, was du da schreibst, ja, du kannst dafür auch, ähm, äh, es kann für dich Folgen haben, ne, also nicht von meiner Seite aus, sondern wenn jemand das sieht und ihm das nicht gefällt, ja, also bitte aufpassen, ja, ja, finde ich auch, dass der Chat hängt, äh, schade, dass, ich weiß nicht, woran das liegt, kann ich euch nicht sagen, äh, muss ich nochmal meinen, meinen, Tim, meinen, äh, meinen Computerexperten, fragen, Ingrid Westphal, wünsche euch allen noch einen schönen Abend und viel Spaß, bis zum nächsten Mal, dir einen schönen Geburtstag, liebe Eka, vielen Dank Ingrid, dir auch einen schönen Abend, wieso verabschiedet ihr euch alle mehr schon, damals haben wir um halb neun erst angefangen, glaube ich, oder so, ne, finde ich irgendwie schade, aber ist natürlich auch verständlich, haben wir jetzt denn ein anderer Zuschauer, äh, ein anderes Publikum als früher, once again, du musst ein Video zum Abwehren von Urbexern machen, für Lost Place Besitzer, haha, ich, also ich wüsste genau, wie man, äh, einen Lost Place schützt, so, dass man, ähm, dass da, ja, ich könnte sehr viele Tipps geben, weil, oder nicht nur ich, sondern die anderen Urbexer auch, weil wir erkennen ja nun mal, äh, woran, wir erkennen ja nun mal an gewissen Dingen, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen verlassenen Ort handeln kann, so, und diese Dinge kann man halt umgehen, indem man sie, äh, anders macht, beseitigt, oder was hinzufügt, oder, keine Ahnung was, und, somit den Ort besser schützt, äh, vor Vandalen und Dieben, sag ich mal so, und Leute, die einbrechen. Wenn bei uns zu ist, ist es bei mir wirklich so, dann, äh, gehen wir da auch nicht rein. Wenn zu, dann zu. Habt ihr ja beim, äh, beim, äh, beim großen, äh, Wohnkomplex in der Stadt gesehen, Das Einfamilienhaus war ja leider zu. Das Fenster konnte man leicht bewegen, aber ich wollte nichts kaputt machen. Das macht man auch nicht. Das macht man einfach. Das ist meine Devise, ne? So. Es gibt so viele schöne Lost Places noch, die offen stehen, wo man hinfahren kann. Da muss man nicht mit Gewalt irgendwas zerstören, um nur, um da reinzukommen, und dann festzustellen, das ist eine leere Bude, ne? Äh, Robert von Walde, klar, Jäcker, ich zeige dir meine. Entschuldigung. Und du mir deine. Aha, Scherz. Wir sind alle gut gelaunt. Das ist doch schön. Miri, Nicole Schnurrbusch, ich glaube, die meisten können sich hier denken, wer gemeint ist. Nee, jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal ehrlich. Äh, Nicole, wenn das ja die Wahrheit ist, ne? Du wurdest als doof bezeichnet, weil du geschrieben hast, äh, dass er das Video doch vielleicht runternehmen sollte, weil man daran, weil man anhand daran, äh, erkennen kann, wo das ist, und darauf, Nicole, hör mir mal bitte zu. Hör mir mal bitte zu. Nicole, hier, Jäger, jetzt hier mal die Konzentration auf mich. Also, es war so, du, ich weiß gar nicht, um welches Video es geht, ich hab da, wie es geht, ich hab da jetzt gar nichts mitbekommen. Mein Chat steht schon wieder hier. Äh, ist es so gewesen, dass du ein Video auf YouTube gesehen hast, äh, du mitbekommen hast, dass dort sehr viel passiert, also dort viel Vandalismus ist, du denjenigen, der das Video rausgebracht hat, auf YouTube angeschrieben hast, auch nett und höflich, ist das alles richtig so, äh, und er dir dann patzig gekommen ist und hat geschrieben, du bist dumm? Ist das so richtig? Das geht ja gar nicht. Das klären wir jetzt hier auf. Jetzt kommt Beef und andere Fleischsorten. So, mein Chat steht, Markus, nein, wir sind seit dem ersten Stream dabei. Ach, schön, wieder untereinander, ne, ihr Pfeifen. Er klatscht gleich hier. Meine Community wird älter. Ich habe einen Brief heute gerade wieder von einem 60-jährigen Mann bekommen. Ja, den durfte ich aufmachen, weil das noch keine, doch, Moment, da war Geburtstagsglückwünsche drin, ist das der Brief? Ich habe so viel Post bekommen, ich bringe auch keine, was ich da, aber da war ein extra Brief zum Geburtstag noch drin, den darf ich erst am Geburtstag aufmachen. Von einem 60, also das ist unfassbar, ne, handgeschrieben. Nehmt euch mal ein Beispiel. Die heutige Jugend, nicht digital. Instagram, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Nein, vielleicht gibt es ja nicht mehr. Es gibt ja nur noch, ja, nein. Selbstschussanlage, keine gute Idee. Ja, da kann ich auch hier eine Story erzählen, die ich in meiner Ausbildung als Sicherheitsfachkraft, nein, damit ich hier eine Sicherheitsfirma leiten darf, musste ich ja den großen Schein machen und da ist eine wahre Story gewesen. In Rostock ist ein Einbrecher im Dunkeln auf ein Gelände gegangen und der Inhaber hatte ein, also der Besitzer von diesem Objekt hatte einen Pool, wo kein Wasser drin war und der nicht gesichert war. So, beim Einbrechen ist er noch um den Pool rumgerannt. Es ist eine wahre Story. Ich erzähle euch wirklich keinen Scheiß. Das ist wirklich so gewesen. Dann hat er einen großen Fernseher geschleppt. Der war ja früher ein bisschen größer und massiver, das war ja noch kein Flachbild, sondern so einen großen Klobiegen. Ist dann an den Pool rangekommen, weil er über den Zaun wieder rüber wollte und einladen wollte. Im Pool war kein Wasser drin, es war nicht gesichert, muss man ja auch nicht auf einem eigenen Grundstück, habe ich gedacht. Und er ist in den Pool gefallen, hat sich so sehr das Bein verletzt, dass er Folgeschäden hat, also wohl nicht mehr richtig laufen kann oder Folgeschäden hatten. Da will ich jetzt nichts durcheinander bringen. Auf alle Fälle hat er den Besitzer angezeigt und ist damit durchgekommen. Natürlich wurde er auch eher belangt wegen Einbruch und Sachbeschädigung und was dazu alles gehört, aber der Besitzer hat dafür Sorge zu tragen, dass wenn jemand auch unerlaubt aufs Gelände zu gehen geht, dass dem nichts passiert. Und deswegen sind auch viele Eigentümer von Lost Placen natürlich sehr erbost, wenn es sehr gefährliche Dinge sind und Leute sich da, das kann ich auch verstehen, wenn die dort wütend auf uns zukommen, das kann ich verstehen, absolut. Wahre Story, ist nicht gelogen, könnt ihr googlen, Rechtslage in Deutschland. Kannst doch verklagen, wenn du irgendwie ins Loch fällst oder so und dann alle Zähne raushaust oder so. Muss ja die neue Kauleiste bezahlen, weiß ich nicht, aber kann ja zur Rechenschaft gezogen werden, wenn er es nicht gesichert hat. Ich weiß ja nicht, was jetzt zum Sichern dazugehört, ob ein Zaun rumherum, natürlich, glaube ich, oder ein Schild oder so, da bin ich jetzt überfragt. Hier muss nur Orgel sein, ich sehe nur Pfeifen oder was, Sianna? Tascha Media, was macht denn die Planung für das Fantreffen? Nichts, Tascha, weil es privat momentan sehr schwierig ist bei mir. Miri, ich finde gut, dass du den YouTuber angeschrieben hast. Dunja, boah, jetzt fühle ich mich alt, 60-Jähriger hat geschrieben, ich bin 54. Ältere, habe ich doch nur gesagt. Dunja, das hast du falsch verstanden. So meine ich das nicht. Susi Schröder, Dankeschön, Jirka. Ich werde auch immer, boah, was habe ich denn jetzt hier nur wieder angerichtet? Ja, ihr seid einfach alt. Nein, natürlich nicht. Aus der Nummer komme ich auch nicht raus, Da brauche ich auch nichts. Ei, 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 ei. Abo zahlt gleich wieder. Und gleich wieder im anderen Chat. Hast du gehört, was Jirka hat gesagt? Der hat gesagt, ich bin alt, ey. Ja, ich, ja, ich habe es doch jetzt kapiert. Entschuldigt bitte. Man ist so alt, wie man sich fühlt, Ramona. Vielen Dank. Bin jetzt 62 und meine Berufung als Erzieherin hält mich jung. Genau. Ramona schreibt mir auch eigentlich täglich, ne? Ja. Programm Cat, lieber Jirka, wünsche dir schöne Ostern und einen tollen Geburtstag mit deinen beiden Mädels binnen Einkaufen. Äh, Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Werde im September 52. Ist doch schön. Susi Schröder, finde ich aber frech, haben die ja nichts zu suchen. Ja. Tuncher, hey Leute, bin Motorradfahrer, ich bin bestimmt noch fitter als manche, ja, das mag sein. 38 oder 40-jähriger Jährige. Am besten füllen sie einen verlassenen Pool mit alten Motoröl auf. Ne, mit Teer, ne? Aber dann trinkt er noch da drin. Ne, hört bloß auf, so was zu schreiben hier. Ich versuche erstmal mal, wie wäre es mit einer Zeche oder einem Bergbau als das Plays? Habe ich leider nicht auf meiner Karte. Weil ich komme ja aus dem Osten und aus dem Norden. Oder wüsste ich jetzt nicht, ich habe natürlich 1000 Punkte und ich habe jetzt noch nicht jeden Punkt angeklickt. Aber ich glaube, ich habe keine Zeche oder kein Bergwerk. Wenn jemand eine Zeche oder ein Bergwerk hat, was noch sehr interessant ist, dann kann man das gerne schicken per E-Mail. Aber wir Alten mögen dich trotzdem, Manuela. Ich bin doch auch alt. Ich werde jetzt auch 48. Wenn wir uns alt nennen wollen, dann nennen wir uns eben alt. Wir sind doch hier dann in bester Gesellschaft. Schreibt mal euer Alter rein. Ich will mal wissen, wieso der Altersdurchschnitt ist. Seid mal so lieb. Also ich bin, falls ihr es noch nicht wisst, ich bin 48 und haut jetzt mal bitte alle Zahlen rein. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir sind 199 Leute ohne Ankündigung. Sehr schön. Freut mich sehr. Und wenn ihr möchtet, haut mal bitte alle euer Alter rein. Ich warte mal kurz. Würde mich mal interessieren, wie der Altersdurchschnitt so ist. Junkie. Silvie ist 53. Berlamp ist 48. Sabrina 36. David ist 43. Jasmin ist 57. Tunce ist 54. Jetzt komme ich mit dem Namen nicht mehr. 38, 50, 58, 37. 55, 44, 39, 43. Ich fühle mich 55. Sehe aber jünger aus. 35, 35, oh. Das ist aber, so zeigt es mir mein Analyseprogramm auch an. Also lügt das Analyseprogramm auch nicht. Cool, Freunde. Gefühlt wie 90, 38, 46, 51. Wir sind alle so irgendwie in einem Alter, ne? Wirklich jetzt, ne? Es gibt mal ein paar Ausreißer nach unten und es gibt mal ein paar Ausreißer nach oben, aber das ist völlig normal. 55, 46. Wahnsinn. 64. Wer ist da für? Iris ist 64. Wer ist denn heute der oder die Älteste mit? Angela 61. Ey, klasse, dass ihr noch mit der Technik hier, was heißt, ich will euch nicht wieder was Falsches sagen, aber Wahnsinn. Ich habe ja schon Schwierigkeiten mit der Technik. So, ich muss mal gucken. 64. 69, Ursula. Wirklich? Hast du mir einen Brief geschrieben, Ursula? Habe ich euch die lustige Story erzählt? Und gemischt vom Alter her. Ja, also super. Ganz toll. Bin ich richtig froh drüber, so eine Family, J&P Family zu haben. Wirklich jetzt. Krass. Mit 69. Wow. Ich glaube, Ursula, ohne das Böse zu meinen, du bist heute, was ich sehr schön finde, mit 69 Jahren hier noch dabei. Schön. Das freut mich wirklich. Oder habe ich was überlesen? Ja, sonst sind alle so jung wie ich, ne? Das jüngste ist 35, was ich bis jetzt gelesen habe. Ich scroll gerade durch, falls ihr euch fragt, was ich hier mache. Ha, ich habe jetzt alle euer, ich habe jetzt von jedem das Alter. Das ist natürlich geil. Jetzt schreibt mir mal bitte nochmal euren Kontostand. Riesen-Irbex, ihr seid ja auch noch dabei. Nadine. 37 und 38. Ich will nicht wissen, wie alt eure Hunde sind. Ich wollte wissen, wie alt ihr seid. Spaß, Spaß muss sein. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt auch eine schwere Zeit jetzt gerade, ne? Wer ist das Küken? Sina? Ich bin die Jüngste hier. Ich bin 15. Sina, du bist 15? Nein, du bist nicht 15, ne? Sina? Sina, kennen wir uns? Die Jüngste ist 15. Sina, woher kommst du? Weil ich habe ja auch ein paar 15-Jährige, die meine Videos auch ganz toll finden. Ich möchte mal wissen, ob du das bist. Am 12. 4. komme ich näher. 40. Du warst ja auch im April-Geburtstag. Stimmt ja. Guck mal, hier entstehen doch schon Freundschaften wieder, oder was ist denn hier los? Dienstgrad bitte aufschreiben. Nee, Dienstgrad brauchen wir nicht. Thomas. Sehr schön. So, gute Nacht, ihr Süßen. Frühes Eiersuchen. Sandra, schlaf gut. Schön, dass du dabei warst. Kontostand 0,0. Das ist doch gut. Deswegen ist es kein Minus. Gute, ne? Der Tagessieger ist 71. Wirklich? Habe ich überlesen? Krass. OGDR? Was heißt das denn? Umtreiber, was ist denn das wieder für eine... Oder bin ich wieder zu blöd? OGD.R? Ich weiß bestimmt, was das heißt. Ich bin bloß wieder zu blöd dazu deuten. Warum steht der Stream bei Jirka? Ja. Technische Probleme. Ist erkältet, der Stream. Da hat der Umtreiber gesagt, so ähnlich wie es in einem Seniorenclub. Wat? Umtreiber, du kriegst gleich eine Verwarnung. Du kannst doch nicht unsere Follower hier. Ich weiß ja ungefähr, wie alt du bist. Ich habe es jetzt leider nicht gelesen, falls du es reingeschrieben hast. Achso, hat Sina schon geantwortet? Sina. Nee, aus Cottbus. Nee, Sina, dann können wir uns nicht, weil ich habe hier zwei ganz treue Fans. Die wollen noch mein Foto machen mit mir noch. Die haben mir auch zum Geburtstag, nee, zu Weihnachten eine Videobotschaft geschickt, fand ich sehr süß von den beiden und die waren hier auch mal kurz im Chat. Aber jetzt glaube ich, ja. So. Das hat er Gott sei Dank überlesen, Sina. Was? Ich habe nicht überlesen. Warte, ich kann zurückrollen, Sina. Moment. Moment, Sina. Nee, aus Cottbus. Nein, bin 56. Siehste, hast du mich angelogen? Uh, das geht ja gar nicht. Habe ich nicht überlesen. Rumtreiber, das war die Frage nach dem Dienstgrad. Achso, siehste? Und AD oder DR, was heißt denn DR? AD weiß ich, was das immer heißt. Mit AD verbinde ich in der Eselsbrücke. AD, tschüss, außer Dienst. Kaffeefahrt mit Heizdeckenverkauf. Ja, jetzt habe ich euch endlich. Ja, jetzt, unser Follower-Treffen wird auch damit verbunden sein, dass ich hier ein paar Produkte anbiete, ne? Nein, natürlich nicht. Gibt es das noch? Die Kaffeefahrten mit den Heizdecken und so ein Quatsch alles? Auch eine Sauerei, ne? Naja, ihr Lieben. Schön, dass es heute auch noch geklappt hat. Ich freue mich sehr. Annette und Klaus, wir sind beide sehr geflasht von deinen, geflasht, achso, von deinen letzten Dos Plays. Es war wieder, boah, wartet mal kurz, ey. Es war wieder wie immer sehr spannend und interessant. Und die Zeitkapsel und wie du alles erklärt hast, einfach nur wow. Ich habe ja nicht viel geredet zum Anfang, ne? Weil ich nicht viel reden konnte. Weil ja rundherum, es war wirklich, dicht am Haus sind Leute gewesen und haben gearbeitet auf der anderen Seite. Das war auch der aufregendste Los Plays, glaube ich, den ich in den letzten, letzten, letzten Monate hatte. Achso, ich habe mir so ein Sprüher gekauft. Ich denke, was ist das denn? Der so alle 12, alle 20, alle 30 Minuten einmal so, ich habe gedacht, was ist das denn jetzt hier im Flur? Ja, Heizdecken nicht schlecht. Ich habe ein Heizkissen. Die Nachzüge da kommen. Ich bin 52 und mein Schatz Klaus 69. Ehrlich jetzt? Krass. Herzlich willkommen. Wo ist die Kamera? 39, fast 40. Das hört sich immer so an, wenn man 17 war. Ja, ich bin schon fast 18, hat man doch immer so gesagt. Oder 16, das war auch so, ich bin schon fast 16. Ja, du bist aber noch 15. Wenn man jünger ist, dann sagt man das noch gerne. Das wundert mich jetzt gerade was, wenn man älter ist, dass man dann auch sagt, fast 40. 40 hatte ich auch so eine Midlife Crisis. 40 ist 50, glaube ich, wird auch nochmal schlimm. Wann geht es Richtung Frankfurt mal? Ich habe jetzt erstmal ein anderes Ziel, was ich unbedingt abfüllen muss, möchte, weil die Location ist noch nicht so bekannt. Und das ist ja mal das Glück. Wir sehen es jetzt leider am Schloss. Als ich da das letzte Video von gesehen habe, habe ich gesagt, alter Schwede, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was geht da jetzt ab? Also nicht, was in dem Video abging, sondern wie sieht das Schloss jetzt aus von Vandalismus und Möbel umgekippt. Aber deswegen muss ich erstmal in eine andere Richtung fahren. Das ist auch nicht gerade dicht, also nicht ganz unweit von mir, also nicht ganz, wie sagt man? Und die möchte ich im Kasten haben, weil die ist noch nicht so bekannt in der Urbex-Szene. Weil ihr wisst, wenn die erstmal bekannt ist, dann ist das Ding auch ganz schnell durchgerockt. Deswegen muss ich da erstmal hin und Richtung Frankfurt, ich bin auch so ein Geografie-Ast, weiß ich gar nicht, wo das liegt. Irgendwo im Westen, ne? Annette und Klaus, ja, ihr gebt, ihr bekennt keine Alte. Ihr habt das auch auf dem Profilbild, glaube ich, ne? Ganz liebe Grüße an euch. Daniel, ich brauchte nicht ihn, habe zwölf Jahre Katastrophenschutz gemacht in der Feuerwehr. Daniel, du bist doch noch in der Feuerwehr. Ne, doch, Feuerwehr bist du auch noch, ne? Ja, und jetzt möchte es gerne wieder sein, jung und knackig. Also knackig sind wir doch, Nadine. Caro, Umtreiber, once again. Mann wird 37, 38, 39, 39, 39a, 39, das habe ich dazu gesprochen, 39, ich weiß, was du meinst. Was hat Rumtreiber denn schon geschrieben, dass ihr alle so lacht? Melli, ich wünsche dir ein schönes Osterfest und einen tollen Geburtstag, auch mit deinen Püppis, fühle dich gedrückt. Melli, vielen Dank, schlaf gut und schön, dass du dabei warst. Genau, ja, mal knacktes da, mal knacktes dort. So, Sina, wünsche dir, lieber Jörg, ein schönes Osterfest und einen superschönen Geburtstag mit deinen lieben Kids. Dankeschön. Annette und Klaus, ja, das stimmt. Ganz liebe Grüße an dich zurück, lieber Jirka und an Pino. Ja, Dankeschön. Es gibt zweimal Frankfurt, Frankfurt am Main und Frankfurt an der Oder. Das hat mich mit fünf Klassen noch gehabt. Gute. Ihr verabschiedet, was zeigst du uns zu Ostern? Markus, das fragst du mir sehr gut. Ich habe fünf Filme vorbereitet, was möchtet ihr denn sehen? Welche Richtung soll es denn gehen? Wir waren jung, knackig, heute knacken nur noch die Knochen. So, ihr Lieben, Bernd haut auch ab, verabschiedet sich auch. Bernd, mach's gut. Daniel ist seit 1985 in der Feuerwehr oder bist du ja noch mit einem Ello, wollte ich gerade sagen, gefahren, mit einem W50 oder was. Sandro, früher knackig, jetzt knackt's nur noch. Da ist doch auch knackig. Hoffe, ein Hasenkostüm. Na nee. Ostern, ja, das ist der Sonntag, ne? Was kommt da für ein Film? Alle fünf um drei, weißt du, wie der geil. Ihr habt wohl nichts zu tun? Seid ihr gar nicht auf Tour, Ostern? Film mit Kimi? Kann ich rausbringen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr euch einen Film mit Kimi wünscht, ich habe einen fast fertig mit Kimi. Muss nur noch einen Trailer machen. Post kommt etwas später an, als geplant. Oh, dafür braucht ihr euch wirklich nicht zu entschuldigen, weil es ist nicht selbstverständlich, dass ihr mir was schickt, ne? Und ich habe auch gleich gesagt, ihr sollt mir nichts schenken, ne? Also, schreibt ein paar liebe Zeilen, das freut mich, das baut mich auf, immer wieder. Das zeigt, dass ihr auch wirklich, ja, mit Herz und Seele dabei seid, dass ich euch irgendwie was geben kann, weil sonst würde ich mir keine persönlichen Schreibungen haben. Ich habe übrigens sehr schöne Briefe wiederbekommen, ne? Ich lese mir die auch wirklich durch, ne? Also, da setzt sich jemand hin, das muss man sich mal überlegen, und macht sich die Mühe und, äh, schreibt mit der Hand, nicht einfach so, jetzt am Computer gedruckt oder so, mir noch einen Brief. Das gibt es heutzutage noch, ne? Ich finde das so faszinierend, im Zeitalter von, wo ist mein Handy? die da von hier mal kurz eine WhatsApp schicken oder so, ne? Das ist geil, Freunde. Das ist richtig geil, die Leute. Und dann schreiben die auch richtig so, also stellen sich so vor, und das finde ich auch schön, damit ich weiß, mit wem ich das zu tun habe, ne? Also, also, sagen ihr Namen und ihr Alter und erklären sich so ein bisschen, ne? Ist natürlich unschön, wenn über sich geschrieben wird, über drei, vier Seiten. und das ist natürlich, das kann ich natürlich nicht alles lesen. Kann ich schon lesen, aber, äh, wenn das jeder macht. Aber viele machen es wirklich sehr gut oder die meisten schreiben kurz, wer sie sind, damit ich weiß, um was sie sich, und dann schreiben sie die lieben Zeilen und das, äh, das erfreut wirklich mein Herz, wirklich. So. Ähm, die lange Irkernacht. Ne, 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 Markus, wir bringen dich alle fünf Filme. Gerne mit Kimi, Melby. Okay, Kimi, doch klar, das Womo wartet schon, Rumtreiber. Ja, schön. Äh, das finde ich, so ein Ding ist natürlich geil, ne? Das ist perfekt. Wir haben Rumtreiber, wenn wir uns nächstes Mal durch Zufall treffen sollten, was ja bei euch sehr oft gegeben ist, oder wir uns verabreden sollten, Womo, äh, Kaffee im Wohnmobil. Das haben wir uns vorgenommen. Egal, wie viel Zeit, Stress jeder hat, ne? Das haben wir am Telefon besprochen. Und das ist von mir auch gegeben. Also das, das halte ich auch ein diesmal. Ja? Also ihr wollt mit Kimi sehen. Okay. Sina, ich finde das auch einfach nur so traumhaft schön, wenn man noch Briefe bekommt, die handgeschrieben sind. Das stimmt, das erinnert mich immer an meine, ich habe noch meine Liebesbriefe von meiner allerersten großen Liebe. Wirklich jetzt. habe ich unten im Keller in einem Schächtelchen und die ganzen Bilder und, äh, Anne, falls du jetzt hier mal zuguckst, Anne, äh, ich habe noch alle, ich habe dir auch ein paar Fotos, ein paar Fotos, wir haben ja Telefonnummern, haben wir immer noch. Das ist Wahnsinn. Von meiner allerersten großen Liebe, da war ich 16 oder 15, ähm, wir stehen noch im Kontakt, ne? Zwar nicht im regelmäßigen Kontakt, aber wir stehen, das ist Wahnsinn. Und ich habe wirklich noch alle Briefe, die wir uns hin und her geschrieben haben, äh, also das heißt, die wir uns hin und her geschrieben haben, haben, die sie mir geschrieben hat. Das war cool, die Kiste mal wieder aufzumachen. Ähm, Lost Place Berlin, wie wird das ausgesprochen? Cyrus, möchtest du gern mal mit dir auf Tour? Ja, das möchten viele. Das kann ich auch verstehen. Nein, das klingt arrogant, ne? Wir müssen mal zurückspulen. Eigentlich, der Chat läuft nicht mit. Kann ich vielleicht rausschneiden? Nein, natürlich nicht. Also, äh, ja, das wünschen sich viele, aber das ist halt, äh, nicht immer realisierbar, ne? Äh, ist ja klar. Vielleicht ergibt sich das ja auch mal irgendwann, ne? Vielleicht machen wir auch mal so, wirklich einen Flixbus-Airbexen. Wir mieten einen Flixbus und dann fahren wir alle, äh, äh, jetzt wollte ich beinahe was sagen, aber das wäre dann auch wieder Anstiftung, ne? Weil er einer gefragt hat, ob ich das Video gesehen habe, wo, äh, jemand verletzt, wirklich verletzt wurde. Weil ich gesagt habe, dann fahren wir alle mal dorthin und, äh, stellen uns mal davor das Haus. Früher hieß meine Pottylotion nie mehr. Heute wollt er reden. Frohe Osterfeiertage. Hans-Peter, der war gut. Den habe ich auch noch nie gehört. Oh, meine Stimme, ich fange jetzt an zu jodeln hier. Freunde der Nacht. Achso, dachte, dass du auch was gefilmt hast, Nicole. Achso, was ist denn mit Nicole? Überleg sich jemand dauernd. Ach, der war gut, ey. Hans-Peter, HP, wo ist er da? HPV. Oh, ich hau mich weg hier. Oha. Und ich, wir haben die Liebe mit 16 immer noch am Hintern kleben. Und das ist schön, ey. Das haltet fest. Haltet aneinander fest. Das gibt es ganz, 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 ganz selten heute nur noch. Wahnsinn. Meine erste große Liebe hieß mich Michael. Mein Gott, die Augen. Jetzt werdet ihr nicht sentimental, ne, Leute? Ja, ja, Susi Schröder. Da komme ich dann auch mal mit, Jäger. Achso, dahin, ja, ja. Ein Bus lang, da nicht. Andrea. Sebastian, wann kommt eigentlich, oh, jetzt ist er gesprungen. Wo ist Sebastian? Hä? Der ist gesprungen gerade. Ne. Wo ist Sebastian? Sebastian, 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 da ist er. Wann kommt eigentlich mal wieder einen Livestream mit dir und Kimi? Damals war ja der Grund, dass wir, erst mal macht Kimi nicht so oft, geht Kimi nicht so oft live. Zweitens war ja der Grund, dass ich mit Kimi on Tour war. Und drittens passt es zeitlich, glaube ich, immer gar nicht so. Habe ich aber auch noch nie drüber weiter mit Kimi gesprochen. Wir wollten mal wieder einen Livestream machen. Klar, gerne, können wir auch gerne mal machen, wenn es gewünscht ist. Aber das wird hier nicht der Dauerrenner werden, dass ich hier, äh, mit Kimi immer einen Livestream mache, äh, weil Kimi auch sehr, sehr, sehr beschäftigt ist. Hallo, Jirka. Du bist heute mein Gute-Laune-Bonbon. Habe seit drei Tagen eine fette Grippe und erst mal krank nach sieben Jahren. Ich nehme gerade meinen Kräuter und meinen Knoblauch-Honig. Angela, na, dann wünsche ich dir mal gute Besserung, wenn du krank bist, wa? Ja, hol dich schön. Schade, dass du so weit weg wohnst. Ich bin zwar keine Lost Placerin, aber ich würde dich auch gerne mal persönlich treffen. Geht denn hier ab? A.M. Deswegen ist ja der Livestream da, damit ihr mich ein bisschen kennenlernen könnt. So stehen wir uns ein bisschen näher. Also ich euch jedenfalls. Und ich kann ja von euch auch einiges erfahren. Guckt mal. Und ihr macht auch so schön mit, wenn ich euch eine Frage stelle, wie alt ihr seid. Deswegen habe ich den Livestream ins Leben gerufen. Viele machen es, um Themenabende zu machen. Das können wir auch mal gerne machen, wenn ihr möchtet. Wenn wir mal ein Video auswerten wollen oder mal irgendwie so was anderes angucken, habe ich immer schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wurde ich auch schon mal gebannt. Gebannt nicht, aber wie heißt das? Habe ich mal einen Strike für gekriegt. Deswegen ist es immer schwierig, da andere Videos anzugucken. Wann ist Philipp wieder mal bei? Man vermisst ihn. Philipp ist gar nicht mehr dabei. Gibt es ein Video zu unter Livestreams das Ende von JNP Explorations. Dort ist alles erklärt. Ja, könnt ihr gerne gucken. Könnt ihr ja nicht wissen. Ihr schreibt hier, was für eine Sprache ist das denn? So, Ralf. So ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend, ein schönes Osterfest und Jäger Feier schön mit deinen Kids. Wir lesen uns wieder. Na, ihr seid doch Sonntag noch dabei, oder nicht? Guckt ihr Sonntag nicht den Film? Hä? Jetzt kennst du unser Alter. Ja, Melli, vor allem deins, das kenne ich jetzt. Unsere kleine Floristin. Wir sind ganz schön gelehrig, ne? Nee, ihr seid einfach, einer hat es mal letztes Mal gut reingeschrieben. Ich gucke natürlich auch andere Livestreams und da geht es manchmal richtig ab. Da denke ich mir, oha. Und dann erinnere ich mich an euch so zurück und sage, ich bin froh, dass es hier so ist. Dass wir die Störenfriede größtenteils äh, äh, rausekeln konnten von selbst. Ihr verabschiedet euch alle. Gut, ihr Süßen. Ähm, ja, trotz Krankheit bin ich froh, dass ich live gegangen bin. Es tut mir gut, mit euch immer persönlich noch zu sprechen, einige Sachen auszuwerten, äh, euch auch Fragen zu stellen oder stellen zu können und ihr mir sie, mein Stuhl ist rot geblieben heute, ne? Außer einmal. Hallo! Ist euch das aufgefallen? Natürlich nicht, ne? Es macht mir immer einen Riesenspaß mit euch hier. Eigentlich will ich immer so ein bisschen was über Lost Place erzählen, ne? Und dann schweife ich immer ab, so, und wir erzählen immer ganz was anderes, ne? Aber ich glaube, das macht es auch gerade aus und das ist das Schöne daran, dass hier kein festes Thema gebunden ist, äh. Ja. Also, Freunde, am Sonntag kann ich euch leider noch nicht sagen, äh, Marco, Markus, Markus, ne? Welcher Film rauskommt? Äh, wie gesagt, ich habe fünf vorbereitet. Ich muss, ich mache eh eine Mene-Muh. Soll ich eine Perle rausbringen oder soll ich mal einen ganz normalen Lost... obwohl meine Lost... Plätze sind nie normal. Das ist auch komisch gewesen. Ach, ich weiß noch nicht, was ich... Lasst euch einfach überraschen. Es wird ein schönes Video kommen am Sonntag, äh, falls wir uns nicht sehen, Sonntag, äh, ihr natürlich, äh, Ostend verbringt im Familie, im Kreise eurer Familie mit euren Liebsten oder weiß ich was, ist es natürlich verständlich. Dann vergesst aber bitte nicht, äh, das Video nachzuschauen. Äh, und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann haut unter dem Video. Viele schreiben mir auf Instagram, das habe ich auf Instagram auch schon mal gesagt, aber haben dann auch gleich bei YouTube, schreiben mir persönlich auf Instagram, sie fanden das Video toll. Wenn ihr mich unterstützen wollt, das muss man hier ganz einfach so sagen, das ist ja auch nicht, äh, kein Geheimnis. Dann, ähm, ich lese das alles nach, was ihr mir hier geschrieben habt, ich komme jetzt gerade nicht mit. Dann haut ein Kommentar, wenn es nur ein Daumen hoch ist oder ein Smiley oder super Video oder war kacke oder nee, fanden wir doof, Musik zu laut oder irgendwas. Wenn ihr mich unterstützen wollt, haut ein Kommentar rein, macht ein Like, Daumen nach oben beim Video und das hilft mir weiter. ansonsten seid ihr eine geile Community. Hat viel Spaß gemacht heute mit euch, Ich werde jetzt auch ins Bett gehen mit Pino noch eine Runde raus und ich wünsche euch schöne Osterfeiertage. Wir sehen uns am Sonntag wieder zum Filmchen oder hoffentlich am Mittwoch. Da weiß ich noch nicht genau, ob ich Mittwoch live kommen werde, weil ich, naja, ich werde euch das rechtzeitig bekannt geben. Macht's gut. Einen schönen Abend euch. Einen schönen Mittwochabend euch. Ihr labert zu viel zu geschwollen, ne? Werden jetzt einige davor sitzen, andere, guck mal, wie quatzt ihr denn? So, ihr Freunde, wo ist das Ende Bild da? Haut rein. Schön, mit euch hier gestreamt zu haben. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Jäger. Ich schmeiß euch nicht raus. Ich schmeiß euch nicht raus. Wir haben jetzt anderthalb Stunden gestreamt. Ich habe mir vorgenommen, eine Stunde zu streamen. Es hat mir aber Spaß gemacht. Ihr habt es ja gemerkt. Und jetzt aber wirklich, es reicht. Es reicht jetzt. Macht's gut. F both. pointing aus. Ich mache nichts raus. Ich einzelnen database genauer. Ich weiß nicht alle, Untertitelung des ZDF, 2020